Ich zähl runter. Entspann dich, entspann dich, entspann dich. So, ganz professionell. Drei, zwei, eins. Wir haben noch gar nicht Musik aus. Drei, okay. Hallo, guten Tag. Willkommen zu einer, das ist unsere Neujahrsfolge, kann man so sagen. Hey, am 12.01. Neujahrsfolge. Wir sind richtig up to date. Frohes Neues, Leute. Hey, frohes Neues. Was geht? Nein. Und bevor du fragst, ja, sie kommen ab am Wochenende. Briseur, also Haare, meine ich. Sie sehen ein bisschen wild aus auf dem Kopf, oder? Ich hätte jetzt gesagt, gut, eigentlich. Okay, danke. Steht hier. Seite vielleicht ein bisschen kürzer so. Ja, hier so. Das wächst bei mir super schnell raus. Dann sehe ich so ein bisschen aus wie hier Krusty, der Clown. Also ich war, glaube ich, vor zwei Wochen. Geht noch. Da will ich wieder hin, ne? Also jetzt vielleicht oben auch ein bisschen kürzer, aber da wirst du das... Ja, doch, doch, doch. Nee, bei mir geht oben nicht kürzer. Hm. Geschmäcker. Ich habe noch was vor. Jim ist etwas leise. Na, dann machen wir Jim ein bisschen lauter. Den Squadstream annehmen hast du vor. Ja, das will ich auch noch machen. Ey, Mann, ich habe drei Wochen keinen Hardcast gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier funktioniert. Ich kenne das. Easy. Hör mal. Aber dafür habe ich viel zu erzählen. Ich bin schon, ich bin schon sehr gespannt. Ich könnte dir auch sagen, dass ich noch ein Produkt hier auf meiner, also auf meiner, also viele Leute haben ja sowas wie eine Pile of Shame oder, also es gibt ja so einen Stapel an Spielen, die man irgendwie tausend, also gekauft hat und dann liegen lässt, weil man noch keine Zeit, keine Lust dazu hatte, ne? Ja. Bei mir gibt es das auch, aber, also ich habe mir zu einem ganz bestimmten Event diese, dieses Produkt hier erworben. Also ich möchte nochmal eben kurz, ne? Also eine 2TB und so, ne? Ja. Ich habe sie noch nicht eingebaut. Äh. Was für ein Event war denn das? Meinst du etwa den schwarzen Freitag? Also für manche war es der schwarze Freitag, für mich war es der, oh, du wolltest ja sowieso noch eine 2TB mal eben holen, um sie, naja, du weißt schon. Um sie einzubauen. Mhm. Ich habe sie gebraucht, aber nicht gebraucht gebraucht, verstehst du? Also ich, das war mehr ein Haben-Wollen als ein, ich brauche sie jetzt unbedingt. Ich verstehe. Ey, 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 ich verstehe das ganz gut, ja. Ja, ich habe hier insgesamt noch so ein paar Sachen, äh, die ich noch ausprobieren wollte oder mit denen ich rumspielen wollte. Okay. Aber nichts, nichts gewaltiges. Egal, hallo, äh, hallo Herr Nils, ich freue mich, ähm, Sie zu sehen und, äh, ich freue mich auf die nächsten, äh, anderthalb bis zwei Stunden illustren Informationsaustausch. Mmh, 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 wie war so der, der, der Anfang dieses Jahr mit deinem Steuerkrams, Gieß? Ich bin jetzt so bei 70 Prozent. Ich habe, äh, also mir ist mein Dokumentenscanner abgeraucht, das hat mich ein bisschen ausgebremst. Ja. Dann habe ich ja noch bei einem Umzug geholfen und so ein bisschen dies, das. Gestern habe ich zum Beispiel das Zeitfenster des Technikers wahrgenommen. Also ich war die Person, die in der neuen Wohnung gewartet hat zwischen 12 und 17 Uhr. Der Techniker kam dann so zwischen kurz nach drei bis vier, also das war okay vom Warten her, ne? Aber du bist, du bist ja alleine gefangen. So, und ich hatte ein Notebook dabei, ich hatte einen Hotspot online, ich konnte ein bisschen was machen. Aber du bist halt nicht zu Hause, ne? Ist halt blöd. So, und, ähm, ähm, das hat mich alles ein bisschen mehr ausgebremst, als ich zugeben möchte. Und jetzt am Wochenende werde ich auch noch mal bei der Instandsetzung der alten Wohnung, also bei dem Aufarbeiten, hier so ein paar Löcher zumachen, so der Kleinkram halt, ne? Ein bisschen helfen. Okay. Und dann geht's, ähm, Anfang nächster Woche noch mal, ähm, in die, in die, äh, in die Endgeschichte mit rein, ne? Mit, mit dem Steuerkram. Aber ich bin echt gut weit vorgekommen. Und ich hab echt eine Menge Sachen klären können, die, die jetzt gut sind, dass man die geklärt hat. Also, wie? Ja, nix. Sachen, die ich halt ewig hab liegen lassen. Ich bin schon fertig übrigens mit 2020. Ja? Hast du gelesen? Golo auch, ne? Ich war schon, äh, am 1. Januar fertig damit. Okay. Jedes Mal, wenn ich jetzt etwas sage, bei dem ich, also, das schwierig ist für mich, dann werde ich, werde ich ein Stück Schokolade konsumieren. Ist das okay? Ja, mach doch. Ich hab jeden Monat meine Steuern fertig. Immer am 1. Ja, find ich gut. Find ich super. Weil, äh, es macht ja auch Spaß, Rechnung einzusortieren. Vor allen Dingen, wenn sie immer weniger werden. Ich hab immer weniger Rechnung. Ich bin ja am Schwaben-Bodus. Ich geb immer weniger Geld aus. Ja, versteh ich, ja. Ja, ist schön. Aber ich hab, ich hab mir auch, äh, ich hab, äh, so zwischen Tür und Angel hab ich auch mal so ein Spaßprojekt angefangen. Oh, Jim, dieses, komm, wir haben dieses Jahr noch gar nicht. Ihr Rollsteiner, wenn ihr Bock habt, ne? Also, wir hätten immer noch sehr Interesse an eurer Kooperation mit euch, wirklich. Ach ja, sehr gerne sogar. Darauf erst mal Medium-Tropfen. Ich hab, äh, ich hab dieses Jahr, äh, zu Weihnachten, schön wieder Hitman geknallt. Und dann hab ich mir gesagt, Mensch, Nils, Neujahrswende, viele nehmen sich ja immer ein paar Sachen vor. Nimmst du dir doch mal den ersten Montag, den du kriegst im neuen Jahr und machst du deinen Studienrechner neu. Ja, das hab ich gelesen, das hab ich gelesen. Ich hab meinen kompletten Zoom-Tropfen neuer gemacht. Das war der dritte erste, by the way. Ja, das war der dritte erste. Und ich hab wirklich alles nackig gemacht. Also, ich hab wirklich alle sinnlosen Sachen ausgebaut, die nicht mehr nötig waren. Ich hab, äh, meine, äh, ich glaube mittlerweile zehn Jahre alte SSD auch mal, äh, beiseite gelegt und gesagt, die, also die geht noch, aber hab ich ausgebaut, hab dann eine 500 Gigabyte NVMe eingebaut, weil, äh, Windows, ähm, war sehr, naja, hat nicht mehr so gut, glaube ich, funktioniert. Also frei nach dem Motto, sie geht noch, aber sie darf gehen. Ja, genau, so ungefähr. Aber ich hab sie noch da, sie liegt auch im Schrank, falls man mal irgendwo, weißt du, wo nicht ganz so viel Traffic drauf ist. Und dann, ähm, dann bin ich auf die illustre Idee gekommen, mach doch mal dein OBS komplett von Null. Oh, war das witzig. Oh, war das witzig. In diesen Profilen, in dieser XML-Datei, es wird ja alles in XML geschrieben, damit da irgendwie nichts Dummes drinsteht, was man irgendwann mal eingebaut hat, um das irgendwie so zu entschlacken, ne? Ja, genau. War gut, ne? War schön, ähm, der erste Stream war, Dizzy, warum hören wir die Alerts eigentlich nochmal doppelt? Ich so, hä, kann doch gar nicht sein. Die sind ultra laut, die ballern uns das Ohr weg. So, hä, das kann doch gar nicht sein, Chat. Nee, nee, ist nicht so. Und dann hab ich geguckt und geguckt und ich hab's nicht gefunden. Und Chat dann irgendwann, ey, Dizzy, tut mir leid, aber so, das ist einfach, das geht nicht. Und ich dann in Stream-Elements rumgefummelt, hier, da, tralala, bis ich rausstellte, dass OBS ja noch das Desktop-Audio-Gerät eingetragen hatte, das Standard-Gerät. Und das Standard-Gerät hat den Sound, obwohl du's nicht angezeigt hast, in den, äh, Dings hier, sag schnell, hier an der Seite bei den, ähm, in dem Audio-Mixer. Genau, im Audio-Mixer wurde das nicht angezeigt, weil ich hab nur ein, ein Ding da, quasi. Und, äh, irgendwann guckte ich da rein und denk mir so, oh, nein. Und das Ding war natürlich auf volles Brikett eingestellt. Ne? Auf 100 Prozent. Ich das ausgemacht, prima. War weg. War schön. Einmal mit Profis. Ich hab jetzt das erste Mal, Jim, nach, glaub ich, vier Jahren oder so, läuft mein Intro flüssig. Sonst hat mein Intro, also mein Intro, muss man dazu sagen, ist, glaub ich, irgendwie 1,3 Gigabyte groß oder so, weil ich hab zum Cutter gesagt, ach komm, scheiß der Hund drauf, baller raus, das Ding. Äh, und das hat früher am Anfang, also die ersten drei Sekunden hat das immer, äh, 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 und dann ging's los. Und jetzt läuft das Astro rein, Alter. Also wirklich wie gebottert, wie schmiert. Super. Ja. Ähm, kurze Frage. Wenn du früher das Problem hast, dass es in den ersten paar Sekunden geruckelt hat, hätte man das nicht einfach noch mit vier, fünf Sekunden schwarz, stille schneiden können? Nö, das hat irgendwann dazugehört. Ach so. Das hat irgendwann dazugehört. Ey, und wie viel Scheiße in dem OBS drin war, ne? Also ich hab jetzt so in meinen zehn, fünf bis sechs, sieben Sachen drin. Vorher waren da so zehn oder so. Also da war halt ein bisschen Scheiß drinne. Richtig abgefahren. Aber, äh, das ist schon, ist schon witzig, wenn du, äh, also auch so, so, den Stream wieder einstellen. Also, hä, was hab ich noch mal eingestellt beim Sound? Hä, wie waren noch mal meine Encoder-Einstellungen? Man hat das ja ewig nicht gemacht. Oh, da muss ich dir was zu erzählen. Aber erzähl das mal weiter. Encoder-Einstellung ist das Stichwort. Ja, jetzt läuft der auf jeden Fall wieder. Also, ich, ich hatte ja früher mit meinen Parametern ein paar Schwierigkeiten und, ähm, also, mit, mit, dass er die ganze Zeit gesagt hat, Codierung überlastet und den ganzen Blödsinn. Aber jetzt ist gar nichts mehr. Weißt du, was witzig ist, Jim? Pass auf. Ich hab dir doch mal erzählt, dass von meiner, äh, von meiner Capture-Karte der vierte Slot nicht geht. Ja? Geht jetzt wieder. Wie erklärst du das jetzt? I don't know. Der geht jetzt wieder. Ich kann, ich kann die Elgato voll nutzen. Die Capture-Karte ist eine PCI-Express-Karte. Und auf dieser Karte sind vier HDMI-Eingänge. Ja. Und vor dem Entkernen, du hast Hardware-mäßig außer der Festplatte, außer der SSD nichts geändert. Nee. Und vor dem Nichts-Ändern des PCs ging einer dieser Slots gar nicht. Mhm. Und jetzt hast du nur, in Anführungszeichen, das Betriebssystem neu gemacht, alles einmal installiert und der vierte Slot geht jetzt? Ja. Ich hab das Gefühl, also ich könnte mich täuschen, aber SATA blockiert mehr PCI-Lanes als NVMe. Weil dadurch, dass die SATA-Platte weg ist, also SATA, die SSD, und gegen NVMe getauscht wurde, geht das jetzt wieder. Also keine Ahnung. Was anderes hab ich ja nicht geändert. Warte. Was denn? Damit geh ich nicht d'accord. Aber ich, also ganz ehrlich, keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Wie gesagt, anders kann ich mir das halt auch einfach gar nicht erklären, weil, äh, ja, jetzt geht's dir. Weil ich hatte, äh, ich hatte, irgendwann hab ich schon gesagt, ach, scheiße, weil ich hatte hier schon, ich hatte hinten, weil ich noch einen brauchte, äh, weil ich hier vorne noch eine extra Kamera jetzt dran hab am Rennsitz, weil ich den auch komplett umgebaut hab, aber ich glaub, darüber haben wir gesprochen, oder? Ja. Auf jeden Fall hatte ich dafür einen Cam Link benutzt und ich hab mir irgendwann gedacht, man, scheiße, ich hab doch unten noch einen Slot, warum brauch ich einen Cam Link? Und dann hab ich den aus, einfach aus Shits und Giggles hab ich den reingesteckt, mach das an. Oh, da ist der Bild. Oh, da ist der Bild. Das geht. Ja, jetzt geht, äh, jetzt geht die Karte. Jetzt funktioniert. Ein bisschen gegründet. Ja. Und das war wirklich abgefahren. Also, ich hab neuneinhalb Stunden gebraucht dafür, ich hab jetzt, ich bin richtig all in gegangen, äh, Alex. Ich hab, äh, alle Sachen sind an denselben Stellen. Also, die Kameras haben immer denselben Abstand oben und links. auch meine, meine, äh, diese ganzen, äh, die Lower Thirds hier mit Sponsoren und sowas und auch meinen Subcount und so, die sind überall in jeder Szene an derselben Stelle. Mit dem selben Abstand. Richtig, richtig bescheuert, Alter. Ich hab ein Foto von dem Scheiß gemacht und hab das überall eingetippt, händisch, damit das ja dieselben Zahlen sind. Und dann hab ich alles gesperrt da drinnen. Wie so ein Idiot. Wie so ein Idiot. Fun Fact an der Stelle, man kann so ein Overlay ja auch einfach in, ich sag mal Photoshop oder in einer anderen Bildbearbeitung machen. Dann trägst du dir deine ganzen Kästen im richtigen Format, also 16 zu 9 oder was auch immer, und man haben will halt einen. Und man nimmt dann nur die Outlines und schmeißt sich das Bild in OBS als Beispiel. Ja, ja. Und, äh, entweder kannst du das dann nur als Vorlage nehmen und schiebst dann deine Elemente genau so hin, wie du so haben willst und kannst die punktgenau verschieben, ohne dir die Werte merken zu müssen und so weiter. Und dann blendest du diese, Szene einfach aus. Das kann man machen, ja. Ja. Aber das, äh, also ganz ehrlich, ich scheue ja da diesen Aufwand auch, weil ich das eigentlich nicht brauche. Also, also im Sinne von, ich, ich meine, meine, meine Szenen sind jetzt nicht so hochkomplex oder so, so schwierig aufgebaut. Aber schön. Ich hab so viele. Schön. Ich hab halt echt viele Szenen. Also ich hab zum Beispiel für jede Kameraposition einmal rundherum hab ich eine Szene. Dann, also nur Raisin, ich hab nur beim Raisin jetzt zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, zehn. Da drüben. Wegen allen Kamerapositionen, dann verschiedene Kombinationen, da kommt schon was zusammen. Also zwei Sachen. Erstens, wir haben heute, ähm, anerkennend erwähnt, wie Menschen wie du oder Igay und andere Leute, die so ein fettes Racing-Rig haben, das halt auch mit den Kameras so zeigen. Und allein das ist dann schon mal spannend, mal reinzugucken, über die Schulter zu gucken, so. Also ich finde, das ist so ein kleiner Augenschmaus, so, ne, zum Zugucken mal. Auch nur, selbst wenn man keinen Bock auf das Racing-Ding so hat, ne, wenn das nicht so das ist, aber mal so jemand so ein bisschen über die Schulter zu schauen, dabei finde ich persönlich ganz, ganz spannend. Also diese Kameras, richtig cool. Und zweitens habe ich gerade vergessen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das ist wirklich cool. Ja, es ist auf jeden Fall schön. Also es hat Spaß gemacht und ich bin auch sehr happy. Seitdem, äh, jetzt weiß ich wieder. Ja, was denn? Und das Zweite ist, wenn du jetzt so sagst, ja, du hast so neun Stunden dafür gebraucht, ne? Ja. Natürlich kannst du und viele andere auch mal eben kurz OBS installieren und nach fünf Minuten ist der Stream live so. Da müssen wir gar nicht drüber reden, ja? Das kriegen viele von uns hin und eigentlich jeder, ne? Natürlich. Aber wenn du sowas sehr komplexes einrichtest, das dauert. Und dann probierst du was aus und dann probierst du noch was aus und auf einmal bist du in so einem kleinen Rabbit Hole und auf einmal sind zwei Stunden weg und eigentlich hast du nichts gemacht, außer deine Kamerapositionen zu fixieren. Ich hab, ich hab zum Beispiel auch Effekte eingebaut, dass die Sachen jetzt alle reinfliegen quasi, wenn du die Szenen wechselst und so. Das dauert ewig und drei Tage. Bis man Copy und Paste gefunden hat. Man kann viele Sachen mittlerweile Copy-Pasten. Ja. Das konnte OBS ja vorher nicht so geil, ne? Nee. Also gruppieren und so weiter, das war ja auch so ein Ding. Wobei ich arbeite mittlerweile fast nur noch mit so Nested-Scenes, also mit so Eingefüge, also zum Beispiel meine Kameras, also in dieser Szene, die wir jetzt hier haben mit den beiden Dingern, da brauch ich das jetzt logischerweise nicht, klar, ne? Aber wenn ich jetzt meine normale Webcam nehme, so wie das jetzt hier, dann packe ich den Rahmen, die Kamera, das, was hier so steht, vielleicht noch irgendwelche Alerts oder sowas, die man hier noch mit reinbaut oder so, wenn was da drunter steht, das packe ich alles in eine Szene und die füge ich dann als Webcam-Szene quasi überall mit rein. Der Vorteil ist, du kannst es halt super schnell bewegen, falls du es möchtest und der zweite Vorteil ist, wenn du etwas in dieser Nested-Szene änderst und du hast sie in mehr als einer weiteren Szene drin, dann änderst du es automatisch in allen anderen Teilen. Das habe ich jetzt auch. Das ist super einfach, aber das wird immer noch nicht von vielen Menschen genutzt, so leider. Das habe ich auch. Also wenn ich jetzt eine Sache ändere, dann ändert der das überall. Ja. Richtig, richtig gut. Ja. Aber ich habe nicht so viel Schnickschnack, was zusammengehört. Ich habe das auch hauptsächlich bei der Webcam-Szene. So, und da macht es auch Sinn. Und dann muss man auch klar sagen, Elgato hat ja bei ihrer Capture-Card bei der CamLink Pro auch die Software dabei, dass man theoretisch diese Multicam-Funktion einmal einbauen kann und kannst über die Elgato-Software dann die Kamera jederzeit wechseln. Ja. Das ist aber etwas, was ich selber nicht benutze. Obwohl ich jetzt, und das wollte ich gerade noch erzählen, jetzt mittlerweile an der Capture-Card auch wieder drei Kameras dran habe. Da habe ich die letzten Monate immer so ein bisschen rum experimentiert und was getestet hier und getestet da. Aber weil wir die letzte Zeit viel über so Kamerascheiße gesprochen haben und ich dachte mir so, Alex, du hast hier noch die Sony 5100 ein zweites Mal liegen. Hol dir doch einfach noch ein anderes Objektiv dafür, das Sigma. Und die hat jetzt noch nicht ihre finale Position. Ich experimentiere da gerade noch so ein bisschen, aber die wird jetzt quasi noch so eine zweite Cam. So, und die dritte, die kennst du auch. Ja. Allerdings ohne das schützende Teil vorne dran. Ja. Das wird mir so meine Handkamera. Ah ja. Ja. Ja, Kameras, ja, ja, habe ich auch genug. Ja, ja, Sony 5100, komm du mal in meine Liga. Nee, habe ich ja auch. Also ich habe halt die 6000. Die kann man übrigens nicht mehr kaufen, ne? Kameras ist momentan wahrscheinlich auch wegen der Chipkrise komplett schwierig geworden. Ja, hör bloß auf, ey. Aber da kann ich dem gleich von der nächsten Krise erzählen. Okay, und dann nur die kurz von mir eingebaut. Ja. Kriege ich vor, ich glaube, das war Ende Dezember, Mitte, Ende Dezember, bekomme ich eine Nachricht von jemandem. Und auch, also ich habe reingeklickt so und dann direkt Alte Testament, ne? Also wirklich sehr viel Text und nicht böse gemeint, aber ich neige dazu, wenn mir jemand das erste Mal etwas schreibt, ehrlich gesagt, wenn jemand so viel schreibt, dann denke ich schon so, oh Gott, was hast du wieder falsch gemacht, ne? Meistens regt sich dann ja jemand über was auf. Nee, ganz im Gegenteil. Nur eine kurze Vorstellung, dies, das, bla bla bla, auch sehr softwareaffiner Mensch, schickt mir X264 Settings. Habe ich noch nicht ausprobiert, weil ja, wie gesagt, jetzt kam ja erst mal eine Trockenphase und mein Testen und Ausbauen und so weiter. Also hier Bürokram. Ich werde die mal von, mal ausprobieren und mal testen und ich bin mal gespannt, was du zu diesen Werten sagst. Die Person hat mich auch darum gebeten, ich kann das gerne im Stream ansprechen und ein bisschen darüber sprechen und auch so ein paar Sachen davon mal erläutern und zeigen, aber ich soll sie halt nicht irgendwo posten und veröffentlichen für alle, ne? So ähnlich wie du damit reingehst. Ich bin echt sehr gespannt, was du dazu sagst und ob es bei mir auch so gut funktioniert. Wirklich. Da musst du gucken, was die CPU hergibt, ne? Ja. Ja. Ich bin gespannt. Also wenn ich mir die auch ansehen darf, dann gucke ich mir die mal an. Also ich gehe damit ja sowieso sehr sorgsam um, weil es ja bei mir auch Betriebsgeheimnis eigentlich. Ja. Ja, ja, ja. Nun, Jim. Ja bitte, was ist schief gelaufen? Komm jetzt hier. Ich habe alles im Angebot. Jim, ich habe alles im Angebot. Ich habe, Weihnachten habe ich ja meinen Hitman, äh, Hitman-Stream gemacht und mir ist ja irgendwann, äh, irgendwann mal, äh, der, die Halterung vom Mod-Mic kaputt gegangen und ich musste, dann musste ich jetzt halt immer wechseln hin und her, also, zweiter Mikrofon liegt noch da, aber ich muss immer wechseln. So, und irgendwann zu Weihnachten fängt mein Mikrofon an zu knistern. Also ganz kurz, als wenn das immer überschreit, also zu laut ist. und irgendwann, über Weihnachten habe ich dann gestreamt und war alles okay und irgendwann kam das und dann war das nach ganz kurzer Zeit wieder weg. So, und dann ging es los, weil das kann ich ja gar nicht haben, weil dann kann ich nicht in Ruhe streamen, weil mich das aufregt. Und dann habe ich irgendwann, habe ich alles ausprobiert. Ich habe, weil, also ich habe ja noch eins hier liegen, da ist irgendwann hier an der Seite oben beim Bügel, ist das denn, äh, das Kabel halt, hat einen Bruch gehabt, dann habe ich das hier angetapet, habe das hochgeschoben dass genug Spiel ist, habe alles ausprobiert, ging nicht, habe das Mikrofon gewechselt, habe das andere genommen, weil das wusste ich, dass das heil ist, genau dieselbe Scheiße. Ich habe unter meinem Tisch schon dreimal Kabel neu gezogen. Ich habe andere XLR-Kabel reingelegt, dann habe ich irgendwann gedacht, dass das die Kopfhörerverlängerung ist und der Witz an der ganzen Sache war, dass da drüben ist das nicht aufgetreten mit demselben Headset und demselben Mikrofon. Das passierte einfach nicht. So, dann habe ich das XLR-Kabel gewechselt, dachte mir, das ist das, dann war es einen Tag weg, dann kam es auf einmal wieder. Dann habe ich irgendwann gedacht, dass das XLR-Kabel vielleicht auf dem Stromkabel liegt, was aber auch schon so ein Ding eigentlich ist, wo man sagt, also ich habe jetzt keine Billow-Kabel, sollte eigentlich nichts passieren. Dann habe ich das alles auseinander gefriemelt, habe die zwei Strippen unter dem Tisch wie so ein Labyrinth durchgelegt, kam die Scheiße wieder. Die letzten zwei Tage kam das so oft, dass mich das wirklich wahnsinnig gemacht hat. Ich habe eben gerade sechs Stunden gestreamt und dann am Ende wollte ich noch kurz ein bisschen quatschen, ging die Scheiße wieder los. Knister, knister, knister. Und das Problem ist immer, es tritt dann nicht Offstream auf, es tritt nicht Offstream auf, also super selten. Und dann habe ich irgendwann gedacht, vielleicht ist es ja der Gaming-Rechner, den ausgemacht im Stream, hat trotzdem geknistert. Jetzt habe ich eben gerade, ist mir vorhin eingefallen, eben, also kurz bevor wir in den Hardcars reingegangen, ich habe noch ein einziges Kabel, was ich noch nicht getauscht habe. Und das war das vom DBX zum Mischpulten. Also wo du mit 6,3 Klinke in Output gehst und dann ins Dings rein. Und das war scheinbar kaputt. Und jetzt kommt der Clou an der ganzen Sache. Also jetzt ist es, seitdem ich das gewechselt habe, ist es weg. Also ich habe auch das Kabel nicht anders gezogen, es liegt genauso drinnen wie das andere quasi auch. Und jetzt kommt der Clou an der Sache, der 6,3 Millimeter Klinke-Stecker und hinten dran war so eine Abdeckung. Und die konnte man festdrehen. Und die waren beide lose. Wie auch immer. Das wäre jetzt meine Frage. Wie kann ein Kabel, das du niemals bewegst, in keinster Weise, nicht physikalisch und auch ansonsten nicht, wie kann das, erst mal, wie kann das kaputt gehen? Und zweitens, wie kann sich so, ich meine, das ist ja nicht so, dass da physikalische Kräfte wirken, dass das auf einmal diese, hä? Ich habe den Deckel eben gedreht, von beiden aber, ne? Und der Deckel war bei beiden, also den konnte ich bestimmt drei oder vier Mal rumdrehen hinten. Und das Kabel, da kommen nicht mal Katzen rein, weil das Kabel ist so weit im Rack drin, dass du da nicht mal rankommst. Habt ihr bei euch, in der Region, in der du lebst, ist das so erdbebenmäßig? Also, ich hoffe, dass das das jetzt war, weil, also ich habe schon gedacht, dass der DBX kaputt ist, habe den DBX getauscht, habe geguckt, ob das das ist. Ich habe wirklich, ohne Scheiß, ich bin wahnsinnig geworden. Ich bin wahnsinnig geworden, XLR-Kabel getauscht. Vor allen Dingen, da drüben kannst du zwölf Stunden streamen, nicht einmal irgendwas, außer du kommst gegen den Adapter, das knistert ganz schön laut. Und heute, also ich sitze gerade eben noch kurz, weil es wirklich wieder sehr oft da war und gucke so nach unten und denke mir so, oh, das Kabel hast du ja noch nie getauscht. Oh. Und jetzt geht es seit drei Stunden oder so mit voller Bewegung. Normalerweise hätte es jetzt schon dreimal wieder angefangen zu knistern, aber es ist jetzt weg. Wir werden nächste Woche mal nachfragen, ne? Wenn es dann nicht aufgetreten ist, dann hast du den Fehler ja gefunden. Alter, das hat mich wahnsinnig gemacht, Alex. Ich habe im Stream gesagt, Chat, geht nicht mehr. Ich ins Lager rein, die Buchse geholt, XLR-Kabel raus, ich muss das Kabel neu ziehen. Unten alle Strippen neu verlegt. Das Ding ist ja, du kannst das ja off-streamen. Wenn das nicht auftritt, kannst du es ja nicht testen. Weil woher willst du das finden? Ey, dann sitzt du hier, dann machst du das eine Kabel weg vom anderen, berührst die beide zusammen, denkst, das kommt dadurch irgendwie wegen einem Feld, wie nennt sich das denn? Elektromagnetisches Feld oder so. Alter. Und Chat dann, installier doch mal deinen Windows-Audio-Treiber. Ich so, nee, Chat, das hat damit nichts zu tun. Also, was gut ist, ja, also wirklich sind gute Vorschläge, aber du denkst, du bist dann so in deinem Tunnel drin und Leute schlagen dir dann solche Sachen vor und denken, ja, das ist jetzt aber nicht, weißt du? und das war es jetzt scheinbar. Das war es jetzt. Also entweder ist meine Buchse im Mischpult irgendwie eingestaubt oder irgend so eine Scheiße. Ich bin jetzt auch, das sind so eine Multibuchsen, ich bin jetzt von 6,3 Klinke bin ich auf XLR reingegangen und das war jetzt scheinbar der Trick. Ey, Wochen. Bestimmt eine Woche. Anderthalb Wochen. Ich hatte mit diesem Kabel auch schon mal meine Probleme. Es ist jahrelang, auch vor dem Umzug, mit dem Kabel, das ich benutzt habe, habe es keine Probleme gemacht. Irgendwann hat es angefangen, so dieses typische, so digital zu rauschen, sage ich jetzt mal so. Und ich wusste nicht, was das ist. Ich habe es nicht gecheckt. Und irgendwann, und dann googelst du nach, dies, das, jenes und so und dann gibt es die falsche Bezeichnung, ein synchrones Kabel zu kaufen und du findest auch Shops, die dir ein synchrones Kabel verkaufen. Keine Ahnung, ob es da nur um die Schirmung geht oder so, ist mir auch scheißegal. Ich habe mir das bestellt, kostete 6, 7 Euro oder sowas. Kabel eingebaut, Problem von vornherein weg. Und das haben sich auch immer nur dieselben Leute beschwert. Ich habe gedacht, die wollen mich verarschen, so von wegen, hey, du hast da so einen komischen Pfeifton, so ein hochfrequentes Fiepen oder sowas. Das geht gar nicht, kann dir nicht zuhören. Und ich denke so, ey, was? Dann fragst du den Chat und dann hast du so 70 Prozent der Leute oder noch mehr, 90 Prozent, die sagen, nee, nee, alles cool, alles cool. Und dann so diese ein paar wenigen, du denkst, sag mal, wollt ihr mich ärgern? Aber es lag bei mir auch an diesem speziellen Kabel und ich kann das auch gar nicht erklären. Ist mir auch egal. Ich habe mir damals zwei, drei Videos dazu angeschaut, die zu dem Zeitpunkt schon acht, neun Jahre alt waren. Aber ja. Ich habe mir auch jetzt eben gerade noch auf Sicherheit 1 geordert. Alter, wirklich. Ich erzähle dir noch einen Gag. Ist auch passiert. Ja, bitte. Ich habe ja das da drüben auch noch auseinandergebaut, ne? Also, ja, also vor Weihnachten wurde das ja alles neu gemacht. Und da habe ich ja über Weihnachten bin ich ja nicht gefahren. Wegen Hitnachten. Genau. Und ich mich dann im neuen Jahr da reingesetzt und wollte einfach mal alles testen, ob alles geht und geht der Sound nicht. Geht der Sound einfach nicht. Also, ich habe mit, als Stuhl sind da, war ich alles zusammengebaut. Habe ich alles zusammengebaut, funktionierte alles und dann habe ich dir auch erzählt, dass das Lenkrad braucht ja ganz viel Saft von USB 3 und so, pipapo und dann steckte da alles dran und als Stuhl sind gegangen ist und mir geholfen hat, war alles okay. Ich die Kiste angemacht und der Display flackerte, also ging nicht mehr. Ich hatte keinen Sound mehr. Doch, ich hatte Sound, aber meine Soundkarte wurde ständig erkannt und nicht erkannt. Das heißt, sie sind immer verschwunden und umgesprungen dann logischerweise in Windows. Alter, ich bin wahnsinnig geworden. Pass auf, ich habe ja eine USB-Verlängerung geholt, weil ich mir gedacht habe, von hier nach da drüben, das ist ja nur USB 2, würde ja gehen. Ich das Kabel genommen, darüber gemacht, mich wohl nicht erkannt. Alle Ports hinten ausprobiert, Alex, alle. Alle Ports ausprobiert. Alles rumgewurschelt, gewechselt und dann habe ich das an den Frontport gesteckt, vorne, also oben drauf, sah ultra-hässlich aus, aber dann war die Soundkarte da und dann spielte das Ding keinen Sound mehr. Also das Problem war weg, aber es spielte keinen Sound mehr. Ich das dann an den, an den Hub rangehangen, wo nur das Lenkrad dran hängt, war Sound da, hat funktioniert, aber das Lenkrad ging nicht mehr, weil nicht genug Bandbreite da war. Ich habe jetzt aber irgendwie nicht genug Strom und Bandbreite finde ich auch cool, wenn ich ein bisschen mehr hätte. Ich stelle mich an. Ohne Scheiß, Alex, ich habe zwei Stunden nur USB-Ports gewechselt. Ich habe nichts anderes gemacht, außer USB-Ports gewechselt, um zu gucken, welche Kombination passt. Ich war irgendwann so angefressen von der Scheiße, dass ich mir eine PCI Express USB 3.0 Karte bestellt habe. So, und dann dachte ich mir, ach Scheiße, brauchst du morgen einen, leck mich am Arsch, ne? Ich dann alles wieder angesteckt, irgendwie, jetzt geht's wieder. Ohne die Karte? Ohne die Karte, ohne alles, alles an dem Rechner, jetzt geht's wieder. Ich habe mein Mischpult, ich habe mein Mischpult an dem Abend bestimmt 20 Mal neu gestaltet. Ich habe den Rechner neu gestaltet, alles immer, ich bin komplett, also ich war wirklich, ich bin fast ausgerastet. Jetzt geht's wieder. Ey, solche Probleme, die wünsche ich wirklich niemandem. Das sind so die nervigsten, die man dann auch nicht nachvollziehen, nicht erklären kann, die dann einfach auftreten und am nächsten Tag auf magische Weise verschwinden. Aber weißt du, was das Witzigste an der Sache ist? Ich habe so einen LAN-USB-Extender, kennst du die? Ja. So ein Ding benutze ich jetzt. Nur damit geht das. Es geht keine USB-Verlängerung, egal welche, USB 3.0, abgeschirmt, dicke, drei Meter, fünf Meter, anderthalb Meter, funktioniert alles nicht. Nur das Ding funktioniert. So, und jetzt kommt nochmal ein Gag an der ganzen Sache. Wenn du die Maus bewegt hast, waren Fiepen in der Kopfhörer. Dieses, so wie ein Spulenfiepen bei einer Grafikkarte, nur leiser, ne? Genau. Der Witz an der ganzen Sache war, dass das Mauskabel von dieser Maus auf dem LAN-Kabel gelegen hat. Und jedes Mal, wenn du die Maus bewegt hast, hast du das durch das LAN-Kabel gehört. schreit nach einem weiteren Stück Schokolade, es tut mir leid. Ich hab auch nur noch vier Stück, ne? Du darfst nicht mehr zu viele Probleme schildern, die ich nicht verstehe. Auf jeden Fall, äh, hab ich mir dann gedacht, hm, was machst du jetzt? Hab das ganze Kabel komplett neu gezogen und dem Tisch lang, so, dass es kein anderes Kabel auch nur ansatzweise berühren kann. Jetzt ist es weg. Ich habe zwei Stunden USB-Ports gewechselt, damit das geht. So, jetzt kommt aber der Gag an der ganzen Sache. Ich gestern den Rechner angemacht. Er funktionierte. Er funktionierte, okay? Also, er war da, er ging, kein Sound mehr da. Einfach kein Sound mehr da. Du tust mir einfach leid, Mann. Ich bin, ohne Scheiß, ich bin gefahren, äh, Samstag, Sonntag, war alles tippitoppi, der Rechner war aus, Montag, Dienstag angemacht, kein Sound mehr da. Ich Mischpult noch... Hast du dir nicht mal vorgenommen, irgendwie auf der Konsole Autorennen zu fahren, und ich meine, das hat weniger Probleme. ohne Scheiß, Racing und USB ist der größte Rotz-EU-West, sag ich dir. Wenn die Grafikkarte getauscht wird, dann baue ich da die PCI-Express-Karte ein. Das sag ich dir jetzt schon. Und da läuft dann nur der Sound drüber und dann ist, weil dann hat der Sound seinen eigenen USB-Hub und da kann dann nichts mehr passieren. Alter, das ist so ein Pain in the Ass. Aber das ist ja noch nicht das Schlimmste, Jim. Ich am Samstag, bin am Samstag ja Rennen gefahren, hau raus, stürzt mir mitten im Rennen der AMD-Grafikradentreiber haben. Einfach so. Schön die ganze... Ey, wirklich, so, ich glaube, drei Stunden war ich live, eine Stunde trainiert, mein Kollege ist dann schon eine Stunde gefahren und ich dann nach... Ich eine halbe Stunde gefahren oder so im Auto drin gewesen. Auf einmal habe ich einen riesen Lag von fünf Sekunden. Alle Bildschirme schwarz. Bildschirme wieder da. Ich in eine Wand gelandet. Habe nur noch 50 FPS. Habe nur noch 50... Ging einfach nicht mehr. So, denn... Also jetzt kein Rant gegenüber AMD oder sowas, aber irgendwas stand bei dir da grundsätzlich nicht zu funktionieren. Ja, AMD-Grafikradentreiber. Der Witz ist ja, das können Menschen ja aus meinem Chat mit... Also einige kamen die Probleme ja auch. So. Ich den Rechner neu gestartet. Geht wieder alles. Läuft einfach alles wieder. Ohne Probleme. Naja. Naja, aus- und wieder-einschalten löst ja die meisten Probleme, die wir so haben, ne? Ist halt so. Aber ist ja auch noch nicht der größte Gag. Pass auf. Ich gestern da drin gesetzt... Die Liste ist lang, Alex. Die Liste ist lang. Ja, das ist kein Problem. Wir gehen das durch. Das ist ja auch ein bisschen Therapie, ne? Ich hier gestern da drin gesessen, fahre mein Rennen so, alles ist schön. Bis auf, dass ich kurz keinen Sound hatte und dann alle Kabel einmal ab und ran. Also jetzt geht's wieder. Also ich hoffe, heute Abend dann auch wieder. Mal gucken. Ich lass mich überraschen. Auf jeden Fall geht auf einmal der vierte Bildschirm aus. Der geht einfach aus, schwarz. Und dann kommt er wieder und dann wird er wieder schwarz. Ich habe diese Kabel nicht ein einziges Mal berührt. Nichts. Ich habe es nicht berührt. Ich hatte schon kurz Schiss, dass mitten im Rennen der Treiber wieder abspielt. Aber der vierte Bildschirm ging einfach nicht. Dann ging er aus, ging er an, ging er aus, ging er an. Irgendwann war er wieder konstant an. Also ich bin an dem Punkt angekommen, mittlerweile bin ich so verzweifelt, ich würde mir für 3000 Euro eine Grafikkarte kaufen. Weil mich das einfach nur noch nervt. Scheiße. An dem Punkt bin ich wirklich, wo ich jetzt gerade, also ich werde, das habe ich schon zu meinem Chat gesagt, alles, was jetzt gerade an Kohlen reinkommt und nach Rechnung bezahlen übrig bleibt und Steuer weg, geht alles in eine Grafikkarte. Also ich werde mir für 3000 Euro eine Grafikkarte kaufen, weil ich das, ich mache das nicht mehr mit. Ich habe so keinen Bock mehr. Okay, kurze Frage. Was für ein Netzteil? Wie alt ist das? Wie stark ist das bei dir? 850 Watt ein Jahr alt. Aber da kommen sowieso 1000 Watt Netzteil rein. Für eine 30,90. Einfach nur zur Sicherheit. Ja, brauchst du nicht, aber nachvollziehbar, ne? Zu Sicherheit. Absolut nachvollziehbar. Ich weiß genau, dass ich das nicht brauche, aber so eine Scheiße ist, also es ist egal. Zur Sicherheit, Alex. Zur Sicherheit. Alter, das kannst du, du kannst dir das wirklich nicht mehr ausdenken und das ist immer nur so ein Kleinscheiß. Es ist wirklich immer nur so ein Kleinscheiß, den du, für die Grafikkarte, für den Grafikkartentreiber, da kannst du nichts gegen machen. Du kannst alle ausprobieren, ständig deinstallieren, neu installieren, aber irgendwann hast du ja auch einfach gar keinen Bock mehr. Weil du dir sagst, ey komm, weißt du, fick dich einfach. Ich will meine Ruhe haben. Und jetzt zur Therapie-Teil des Streams hier. Und wie fühlst du dich dabei? Was? Darüber mal zu sprechen? Ja. Großartig. Alles einfach mal rauslassen in dieser geschützten, isolierten Umgebung. Ey, ich bin, ohne Scheiß, ich bin wirklich so, so verzweifelt. Ich hab schon bei Onkel Alternate angerufen, ich hab schon bei Management gesagt, kriegen wir bitte irgendwo zwei Grafikkarten her, ist mir egal, bitte irgendwas, ist mir, selbst die Marke ist mir egal, ich brauch einfach nur eine Grafikkarte, bitte. jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich mir dann, ja, ich werde mir dann drei wahrscheinlich kaufen. Ja. Also ich bin gerade richtig im Schwaben-Modus und mir dann, also eine 3090, eine 3080 Ti und was Kleines für ein Streaming-Rechner. Was Kleines. In meinem Chat schreibt gerade jemand, hat mir damals aus Versehen 2,3090 gekauft für 1.800, jetzt dienen sie als Türstopper. Ich weiß nicht, ob das als Troll ernst gemeint war oder ähnliches. Falls nicht, bitte einmal bei sie melden. Bedarf ist da. Hör bloß auf, ey. Absolute Krise, sag ich dir. Absolute Krise. Das mit dem Sound ist genauso bescheuert. Ich bin schon am, ich bin schon irgendwie am, am überlegen, äh, dass, dass einfach irgendwie da drüben noch so ein kleines GoXLR hier, diese einfachen Schieber, weißt du, da hinzustellen und dann das rüber zu schicken. Aber dann hast du ja auch wieder das Problem, pass auf, neuer Gag, neuer Grafikanentreiber von AMD. Wenn du jetzt raustappst aus dem Game, dann entsteht bei NDI ein Delay. Ja, das hast du mir schon mal erzählt, ja. Ja. Und dann musst du jedes Mal aufstehen und dann musst du am Streaming-PC musst du sagen, entweder, also musst du nur umstellen von Source-Timing auf Netzwerk-Timing und dann refresht er sich von alleine, also kurz stampeln, dann refresht er sich und dann passt es wieder. Spielt das eigentlich, wo du gerade drüber redest, spielt das eine Rolle, ob du das Source-Timing auf Netzwerk-Timing, also welchen der beiden nimmst, oder macht das eigentlich keinen Unterschied bei dir? Also ich merke da keinen Unterschied. Also keinen merklichen für mich visuell. Ich finde das nach wie vor sehr schade, dass man bei NDI eigentlich nicht wirklich was definieren und einstellen kann oder ich habe mir noch keine Dokumentationen dazu angeguckt oder sowas, sondern dass anscheinend NDI das nimmt, was es zur Verfügung hat, so nach dem Motto, ach, du hast 100 Mbit, Quatsch, du hast ein Gigabit, ja, baller ich zu, ne? Ja, schade. Ich habe auch letztens mal diese, weil mir jemand gesagt hat, dass das wohl mit NDI-Tools besser läuft, also die direkt von NDI sind nicht das Plug-In. Ja, funktioniert ja gar nicht. Damit kannst du ja nur ganze Bildschirme capturen und wenn du Spiele in Vollbild machst, dann capturet der die gar nicht mehr. Also, drei Bildschirme ist wirklich ein großer Clusterfuck. Dann habe ich mit Chat gesprochen. Stellt sich heraus, du kannst ja auch, es gibt ja auch Grafikkarten mit fünf Slots, also Ansteckerslots hier, aber du kannst nur vier betreiben. Also, du kannst nicht fünf benutzen. Nur vier, maximal. Aha. Mhm. Das heißt, weil keine Ahnung, Limitierung vom Betriebssystem oder also, ich sage mal so, vor etlichen Jahren, als wir noch keine, die sogenannten Flachbildschirme benutzt haben, sondern noch die CRTs, habe ich mir extra von der Marke Magewell Grafikkarten gekauft, weil ich eben Multimonitor-Support haben wollte. Ja. Und das sind natürlich keine Karten, mit denen man, ich sage mal, hochauflösende, dreidimensionale Spiele spielt, sondern die werden bis heute eher im Finanzbereich, im medizinischen Bereich und sowas genutzt, wenn du halt an ein System möglichst viele Bildschirme anschließen willst, sechs Stück, acht Stück, etc. Und solche Sachen halt irgendwie. Aber das bringt dich natürlich dann auch halt gar nicht so weiter, ist klar. Ich habe schon überlegt, ob ich eine AMD dann drinne lasse und nur die AMD dann das Bild drüber schicken lasse. Ja. Ich möchte kurz übrigens mal einen Kommentar aus meinem Chat aufgreifen. Nullte Weltprobleme mit so einem Zwinker, Zungensmiley. Dieser ganze Podcast ist ein nulltes Weltproblem, weil darum dreht sich das hier. Nullte Weltprobleme. Absolut. Also, ne? Ja, habe ich auch schon überlegt, ob das eine Möglichkeit wäre, weil ich habe auch mittlerweile, muss ich sagen, gar keinen Bock mehr auf NDI. Also, ich würde das gerne über HDMI wegschicken. Kurze Frage, warum machst du das gerade nicht? Na, weil alle Slots voll sind an der Grafik. Ach so, ja, Entschuldigung, ja, Entschuldigung, Entschuldigung. Du spielst ja auch über drei Monitoren und so. Ja, und auf dem vierten willst du ja dann auch mal Teamspeak und so einen Scheiß aufhaben. Das willst du ja nicht nochmal extra noch einen Rechner dafür da hinstellen. Oder sonst hast du halt logistische Probleme, weil also mein Streaming-PC ist ja auch voll. Der hat auch keine Slots mehr frei. Das heißt, ich könnte ja nicht mal sagen, ey, ich lasse dann einfach Discord Teamspeak auf dem laufen und schiebe dann alles einfach da drüber mit einem Kabel. Und auf dem Gaming-Rechner geht das ja auch nicht. Weil der ist ja auch voll. Grafikkarte. Ich sehe ehrlich gesagt in Zukunft, dass du dein Notebook, Macbook, was auch immer benutzt, um darüber zu kommunizieren und alles andere lässt du, weißt du? Nee, weißt du, was gut wäre? Ich glaube, das Sinnvollste an der ganzen Sache wäre, sich einfach irgendeine Bleppo-Grafikkarte da reinzudonnern und die nur zu nehmen, um das gespiegelte Bild dann rüberzuschieben. Verstehe ich nicht. Du hast, sagen wir mal, du hast eine Grafikkarte drin, über die du spielst. Genau. Und dann nimmst du eine zweite Grafikkarte und die soll das Bild woher bekommen? Na, du kannst ja, du kannst doch einfach dann quasi den mittleren Bildschirm auf den Ausgang der zweiten Grafikkarte spiegeln und den schickst du dann rüber. Ich habe bisher nur testweise zwei Grafikkarten in einem System drin gehabt und das ist jetzt schon zehn Jahre her, also mir fehlen da sämtliche Grundlagen, ob das überhaupt auf eine zweite Grafikkarte geht oder ob das, also ob es eine Windows-Funktion ist, die sagt, das bitte dahin oder ob das nur innerhalb von einer Grafikkarte geht. Mir auch, ich bin, ich weiß auch nicht, ob das geht, ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe es noch nie ausprobiert, ich bin mir eigentlich sicher. Hm. Aber das wäre jetzt mal ohne Spaß, du bringst mich gerade auf eine völlig andere Idee, ne? Hätte man dann das Problem mit dem Raustappen bei der Fullscreen-Anwendung immer noch? Weiß ich nicht. Theoretisch nicht, weil die andere Grafikkarte... Ja, doch wirst du haben, weil es eine Windows-Funktion ist. Das wollte ich gerade sagen, wir sind ja beide geklont auf einem. Hm, interessant. Kämen auf den Versuchern, ehrlich gesagt. Es kämen wirklich auf den Versuchern. Kann man nicht anders sagen. Ja, vielleicht nehme ich einfach mal mein Dings auseinander. Aber dann kommt auch wieder das nächste Problem. Man braucht dafür ja auch ein Capture-Device. Das ist wirklich ein Problem bei dir. man, ein Capture-Device... Na klar, weil es ist 1440p, 144 Hertz. Hallo? Das ist eine 1000 Euro Capture-Karte. Und die gibt es noch nicht in mehr Slots als ein. Und der Rechner ist voll. Ich habe gestern erst noch ein Video von Eposvox gesehen, der eine USB-Capture-Karte, ich weiß, ich weiß, ich weiß, habe ich auch keinen Bock drauf, von EVGA nochmal gezeigt hat und die konnte wohl durch einen Fehler, und das läuft auch nicht gut, sogar G-Sync durchschleifen über Pass-Through, was aber wirklich nicht gut funktioniert und auch sicherlich vom Hersteller nicht so gewollt ist. Und die kann wohl auch in 1440p 144 Capturen. Aber wie gesagt, USB-Capture-Devices brauchen wir nicht drüber reden. Oh, mir fällt gerade auf, Jim, die PCI-Lens werden wahrscheinlich das Problem daher sein. Mein Chat schreibt, bei zwei Grafikkarten klappt das nicht mit den PCI-Express-Slots, die halbieren dann die Leistung, soweit er das weiß. Ah, okay, scheiße. Könnte man den Monitor für Discord und so weiter nicht über einen USB-C-Adapter-Hub ausgeben? Gibt ja auch HDMI-Ausgang. Ist es nicht möglich, einen virtuellen Bildschirm zu erstellen und zu benutzen a la Sidecar? Oh, USB-C ist eigentlich keine schlechte Idee. Kann man beim Mainboard am USB-C-Slot einen USB-C auf HDMI-Adapter benutzen? Warum willst du dann einen USB-C auf HDMI-Adapter benutzen? Na, weil der Monitor, naja, weil dann steckst du ihn hinten ran, knallst den hoch und dann hast du dein Bildschirm dran. Ach so, du meinst, du möchtest dann an den USB-C Anschluss einen HDMI-Monitor anschließen? Da habe ich... Oh, weil dann habe ich den Slot frei. Ja, aber da habe ich null Erfahrung. Also USB-C, ich habe, glaube ich, einmal einen USB-C-Monitor angeschlossen, aber das war nicht meiner. Ja. 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 AMD hat keine Monitor-Ausgänge, die haben kein Grafik-Chip drüber. Ich habe ein USB, warte mal, USB auf USB-C auf dem Display-Port Kabel, das geht. Musst du mal im Handbuch vom Mainboard gucken. Boah, das wäre... Da schreibt, geht nur bei Boards, die einen extra Display-Port-Eingang für USB-C-Anschluss haben. Ich bin, ich bin da komplett bei raus. Also ich bin bei mir bei USB-C-Monitoren, also um jetzt mal bei dem Thema zu bleiben, einschulein bei der Anwendung bei Leuten, die bisher alles über eine Docking-Station gemacht haben und das halt eben als externen Monitor benutzen. So an PC habe ich sowas noch nie angeschlossen. Komplett. Chat, könnt ihr mal kurz Magic wirken lassen? Ich schicke euch mal kurz mein Mainboard. Halt mal kurz. Könnt ihr, könnt ihr kurz Magic machen? Könnt ihr, könnt ihr das kurz in Erfahrung bringen? Ich möchte jetzt nicht währenddessen googeln. Das ist mein Mainboard. Das sollte USB-C-Slot hinten dran haben. Also ne, hat eine USB-C. Eingang. Eggman hat einen USB-Hub gepostet. Das ist ein USB-C-Hub für USB-Geräte, der auch einen 4K-HDMI-Ausgang hat. Ja, den habe ich auch hier liegen. Von meinem MacBook habe ich so ein Gerät. Oder damit mal ausprobieren? Das wäre mega geil. Aber dann habe ich ja ja gut, das ist ja scheißegal, das ist ja nur ein Office-Monitor. Das ist ja wirklich nur ein Office-Monitor, weil dann kannst du das Bild wirklich klonen, weil NDI ist wirklich ein absoluter Pain in the fucking ass. Weil wenn du nicht mal raus tappen kannst, du hast ständig Delay da drin, ne? Oh ne, hör auf. Chat schreibt, Gangster Cracker schreibt, man kann aber auch das HDMI-Signal durchschleifen von Monitor zu Monitor. Habe ich selber noch nie getestet, weil das Kabel ja von der Datenübertragung limitiert ist. Das, was du meinst, nennt sich Daisy-Chaining. Genau. Und es gibt Monitore, die das unterstützen per Displayport, habe ich gelesen, gesehen, aber das müssen dann alle Geräte unterstützen. Und per HDMI habe ich das noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, ich bin da ja auch nicht in dem Thema drin. Und ja, dann bist du natürlich auch mit der Bandbreite limitiert, also kannst du dann nicht in ultrahohen Auflösungen und Bildwiederholfrequenzen angehen, ne? Das sind aber jetzt auch schon wirklich wieder so Anwendungsszenarien, ne? Das ist so, hallo, ist da AMD? Ich hatte da mal eine rein theoretische Frage, die ich praktisch umsetzen muss. Also wirklich rein theoretisch nur. Daisy-Chain geht doch nur per Displayport. Na, theoretisch, dann könnte ich ja, also in der Theorie könnte ich ja dann ein Daisy-Chain. Aber die Frage ist, ob das funktioniert, also ob die Monitore Daisy-Chain können. Das wüsstest du, wenn die das könnten. Glaub mir. Also ich glaube, das steht, also ich glaube, dass es nur, ich glaube, dass es nur wenige DOM-Monitore überhaupt können. Stimmt. und die kaufst du dann speziell für diesen Zweck ein, ne? Schwierig. Ich werde das nachher mal probieren, ob der Bildschirm angeht, wenn ich das, den USB-C, weil meine Grafikkarte hat jetzt auch einen USB-C-Ausgang. Dann kann ich einfach umstecken. Ich sehe bei dir, dass du ein weiteres Gerät wie ein Notebook dir daneben hast. Ich sehe das in Zukunft. Ich sehe das in Zukunft. Nein, ich sehe das nicht. Ein weiteres System, das völlig autark arbeitet und diese Probleme nicht, äh, hallo Katze. Nee, das, äh, ja, ja, nee. Das möchte ich eigentlich vermeiden. Also das möchte ich wirklich gerne vermeiden. Aber ich muss dafür eine, äh, ich muss dafür unbedingt eine Lösung finden. Ähm, aus dem Chat, äh, ganz kurz geht das, was Nils will, nur mit einer AMD-APU, äh, die dann die HDMI-Anschlüsse am Bord betreibt. Sobald er die GPU läuft, ist die APU meist nicht aktiv. Äh, APU kann es ja ausschließen, weil wir ja immer noch auf dem Threadripper-System sind und das hat keine APU. Nee, wir sind auf dem 5900X. Weil das ja der, das RIG-System ist. Der hat aber auch keine APU. Ja. Also würde es wahrscheinlich nicht funktionieren. Nein. Fuck. Leider können wir dir bei deinem Problem gerade nicht direkt helfen. Hast du nicht noch ein Notebook, sag mal, ich hätte da so eine Idee. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, das über USB zu machen? USB 3 oder so? Der muss ja nichts können so. Der muss ja keine 144 Hertz haben. Hast du nicht an deinem RIG vorhin erzählt, wie viele Probleme du mit USB hast und flackern? Ja, ich habe aber noch eine PCI-Express-Karte da. Der hat ja deinen eigenen Hub. Das ist ja easy. Also irgendwie von USB auf HDMI, das wäre sexy, aber das wird wahrscheinlich kacki sein. Fuck. Ja, ja. Das sind wirklich, also das sind nicht mal mehr First-World-Problems. Das sind so Handpick-Cherry-Pick-Problems, die... Ey, ohne Scheiß, ich möchte so gerne NDI loswerden, weil mich das einfach wahnsinnig macht. Das ist reudig. Das ist richtig reudig. Weil wenn du... Du kannst ja nichts machen. Du kannst... Du musst dir vorstellen, Alex, du sitzt vor deinem Command-Sender mit fucking sechs Bildschirmen und du willst nur Reifendrücke aufschreiben und demjenigen, der fährt Reifendrücke geben und hast dir extra ein Bildschirm dafür hingebaut, dass die Applikationen da auf sind, ja? Du kannst da aber nicht reingehen, weil du dann aufstehen musst und dein NDI resetten musst, weil da Delay drauf ist. Kannst du den Bildschirm auch abmachen. Brauchst du nicht mehr. So bescheuert ist das. Jetzt sitzt du da am Handy und machst die Kacke. Regt mir auf. Fuck, ey. Dafür muss es doch irgendeine Lösung geben, ey. Naja, Capture-Card halt, ne? Was jetzt bei dir nicht geht. Ich verstehe. Naja, was heißt Capture-Card? Nee, du brauchst ja auch noch der Bildschirm muss ja irgendwie an den Rechner ran. Der vierte. Und dann noch eine Capture-Card. Es wäre so einfach, wenn wir an dem PC unseren Bild, das wir ausgeben, an den Monitor übergeben und der Monitor hätte sowas wie ein Path-Through. Ja. Das wäre so geil, wenn du das gecaptured und der Markt dafür ist so klein, dass sich das für die Hersteller nicht lohnt, da Zeit und Geld zu investieren. Das verstehe ich, ne? Aber es wäre so geil, wenn der Monitor sagen könnte, ach, das Bild, was du hier gerade ausgegeben hast, klar kann ich das weiter erreichen. Das könnte dann so 0,2, 0,3, 0,4 Sekunden Delay haben, wegen dem Weiterverarbeiten oder so. Aber besser als gar nicht, ne? Oh, Menschen haben hier schon wieder so eine, oh. Haben hier schon wieder sexy Lösungsvorschläge bekommen? Ja, Asus hat wohl irgend so eine nette Karte mal hergestellt. Eine Capture-Karte? Ne, ne. Aber da kannst du Displayport mit anschließen. So, jetzt finden wir mal raus, was die kostet. Können Sie mir bitte einmal den Link weiterleiten, das wäre sehr freundlich, das interessiert mich jetzt gerade. Ja, scheinbar hat Chat eine Lösung gefunden. Wenn die jetzt nicht 3.000 Euro kostet, dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein Problem gelöst. Das ist eine Thunderbolt-Karte. Ja, aber die kann das. Entschuldigung, bei Thunderbolt springe ich automatisch in meinen, nein, das will ich nicht, das brauche ich nicht. Das ist natürlich Quatsch. Und die nächste Frage ist halt, die Webseite bleibt bei mir grau, die nächste Frage ist halt, bekommt man diese Karten noch? Aber ja, wenn ich was will, ne. Dann kriege ich das auch. Man bekommt sie, sie kostet 90 Euro. Also unter 100 Euro. Komm, kurze Frage. Was ist das für eine Karte? Also das ist eine, pass auf Chat, wir reden gerade über eine, die Asus Thunderbolt X3 TR. Wie, 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 wie fabriziert, also was, was, hä, warum, wie, ich verstehe es nicht. Wo ist der Bildgeber bei der ganzen Kiste? In der Maschine drinnen. Ist also quasi eine 2D-Grafikkarte im weitesten Sinne. Display-Board. Das ist genau das, was die Mainboards machen. Da ist wahrscheinlich eine Grafikeinheit drin. Naja, da ist ein Chipsatz drin, der nennt sich Intel JL 7540. Das ist ein Thunderbolt-Controller. Steht hier. Die Stromversorgung läuft über, ähm, einmal 6-Pin-Preset-Express. Oh, Mann, das ist ja, das ist also da, sehe ich ja einfach mal. Ich glaube, das ist eine Fuckel-Lösung. Warte, ich muss eben ein Stück Schokolade essen. Jetzt hast du noch zwei. Was ist das für eine Lösung? Ich glaube, das ist eine Fuckel-Lösung. Was ist eine Fuckel-Lösung? Ich truste diese Lösung nicht so. Also, ich würde gerne sehen, dass du das ausprobierst. Aber ich vertraue der Lösung nicht, du. Ja, erinnert nichts an der Tatsache, dass immer noch eine Capture-Karte fehlt. Fett schreibt, genau das ist das, was die Mainboards auch machen. Nope, du musst ein Kabel von der Grafikkarte an die Thunderbolt-Karte ziehen. Thunderbolt ist quasi PC-Express und Display-Port über USB-C. Fuckel-Lösung heißt, lass es jemand anderen testen. Ja, das würde ich jetzt so nicht so sagen. Also, wenn ich das jetzt gerade so aus dem gefälligen Halbwissen meinerseits und den hochdetaillierten Informationen aus meinem sehr geschätzten Chat dem lese, dann bedeutet das so viel für mich wie, diese Karte ist keine Grafikkarte, sondern nur so eine Art Bridge, in die du natürlich ein Signal zufügen musst. Okay? Das Ding kann selber kein Signal erstellen. Genau. Ergo, damit kommst du leider nicht weiter. Aber groß an den Dizzy-Chat. Ja. Das ist quasi einfach nur ein Zwischending. Also, du gehst da rein und kannst das auf den anderen dann rausholen. Ja. Schein. Wäre witzig gewesen. Das geht nicht, nee. Nochmal eine alte Information aus meinem Chat. Ich sehe schon zwei bis drei Telberts später am Chat kleben für einen für den Chat, die nächsten mit der Webseite und Statistiken und einer nur so. Ja. Das könnte ich mir auch vorstellen. Da bin ich ja jetzt schon. Das habe ich ja auch schon. Ich weiß. Nee, ich verzweifle nicht am Bildschirm. Das Ding ist halt, das Ding ist halt, ich möchte halt NDI nicht mehr benutzen, weil NDI wirklich Schrott ist. NDI ist Crap. Also zumindest mit AMD gepaart ist das wirklich Crap und belastend. Und ich liebe Lösungen, anmachen, fertig. Und das Problem ist, ich habe einen Grafikkartenslot zu wenig. Einen. Einen einzigen. Und ich kriege den nirgendwo her. Ich brauche diesen Bildschirm aber. Also ich brauche ihn einfach zum Fahren und für, wie sagt man, den Service. An sich selber. Ja, hast du schon mal an so eine Lösung gedacht? Ich weiß nicht, so wie so ein Loadbook vielleicht? Geht ja auch nicht. Das Problem ist ja, mit dem Notebook hast du ja auch nicht genug Soundmöglichkeiten. Ich könnte das MacBook jetzt nicht nehmen, weil ich kein In und Out habe. Okay. Ah, jetzt so ein Schluck Geroldsteiner Wasser, ne? Das wäre gut, ja. Das wäre richtig gut. Ich habe noch so ungefähr, ich würde mal schätzen, so 100 Milliliter sind das bestimmt. Das stimmt noch. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. 120, 125. Was man natürlich machen könnte, man könnte natürlich, ein Bild könnte man splittern. Weil ich glaube, es gibt auch mittlerweile, ich glaube, wir haben die Lösung gefunden. Ich glaube, es gibt mittlerweile, sollte es Splitter geben, die 144 Hertz durchschleifen können. Also auch HDMI. dann könntest du den mittleren Bildschirm mit dem Splitter in einen Monitor rein und den anderen in die Capture-Card rein. Das geht. Aber es muss ein Splitter sein, der 144 Hertz, äh, äh, der 144 Hertz auf die Reihe kriegt. Und 1440p, richtig? Ja. Ich muss 144 Hertz, äh, splittern, ja. Weil ich habe 144 Hertz und die will ich auch benutzen. Ähm. Ja, mit Sync wird wahrscheinlich schwer. Also wirst du wahrscheinlich auch kein Freezing haben, dann gehe ich von aus. Das wird wieder der Kicker sein. Das wird der Kicker sein, wahrscheinlich. Äh, da drüben soll, also in den Racing-Rechner kommt eh eine 3090 rein. Alles, da drunter ist Käse. Ich glaube, also ich habe mal, ich glaube, ich habe mal vernommen, dass es HDMI-Splitter geben sollte, die das können. Was man findet, bei der Google-Suche nach, äh, HDMI-Splitter, 144 Hertz, 1440p, findet man einen Eintrag, relativ, also viele alte Einträge und einen relativ, aktuellen Eintrag aus dem Reddit. Da wird ein Amazon-Produkt, ähm, ähm, genannt. Das kann aber nur bis 60 Hertz, nicht bis 144. Na, theoretisch muss dieser Splitter, äh, der muss 2. HDMI 2.1 sein, Minimum. Weil dann kann er das so oder so. 2.1 ist auch so ein absolut löchriger Standard, nur weil da 2.1 draufsteht, heißt das nicht, dass der auch alles 2.1 kann, ne, was man sich so vorstellt. In der Regel schon. In der Regel, in der Regel ist das so. Told you. Was? Told you. Das, das, warte mal, hier gibt's auch welche mit. Ah, das, ich hab, ich hab jetzt hier ein Produkt gefunden, das kann 1440p, 144 Hertz. Okay. Ne, das ist nicht, also nochmal, das ist nicht fragwürdig, aus dem ganz einfachen Grund, weil das, äh, ab dem Standard 2.1, alles, was, alle HDMI-Buchsen, 144 Hertz, bis, äh, ich glaube fast, ne, 4K ist dann weniger, aber 1440p liegt dazwischen und die Bandbreite reicht dafür. Ich schwör auf mein linkes Ei, weil meine Capture-Karte läuft, 144 Hertz, äh, meine, mein Bildschirm, an meinem Racing-Rechner, äh, läuft mit 144 Hertz Freezing, über den, äh, über HDMI und an meinem, äh, Gaming-Rechner auch. Okay. Aber HDMI 2.1 habe ich gerade noch nicht gefunden, du. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das die richtige Lösung für dich ist. Pass-Through, Delay, etc. Dadurch hast du nicht wirklich viel Unterschied. Wie gesagt, das wäre so meine, meine größte Befürchtung dabei. Ich weiß es ja nicht. Ja, ja. Ja, dann ist aber alles ein biegsamer Begriff. Also ab 2.1 kannst du da alles durchdonnern. Nach meinem Wissen. Und das hat bis jetzt auch immer funktioniert. Das, äh, Problem, was glaube ich gemeint ist, äh, dass ein paar Hersteller von Fernsehern, zum Beispiel Fernseher mit HDMI 2.1, äh, rausgebracht haben, aber dann die Funktionalität wieder eingeschränkt wurde. Also dass gesagt wurde, na ja, 2.1, das geht so und so schon, aber zum Beispiel die Buchse, die du benutzt, um das HDMI-Signal reinzukriegen, zum Beispiel von der Konsole oder sowas, das kannst du aber nur mit 60 Hertz betreiben. So, ne? Aber die anderen Funktionen unterstützen wir. Das ist damit gemeint. Und, ähm, HDMI 2.1 ist noch mit anderen Sachen negativ aufgefallen. Deshalb also etwas ausgehöhlt. Das ist, denke ich mal, was gemeint ist. Ja, das Ding ist halt, du kriegst mittlerweile 4K, 120 Hertz, da kriegst du das auch durchgedonnert, aber das sind halt alles keine Splitter, das ist das Problem, und dann Switches. Das ist halt die Scheiße. Nochmal Discord. Kommt von Hirschi. Ob sowas für dich interessant wäre. Ach, das ist ein Switch. Das ist kein Splitter, das ist ein Switch. Ah, du hast recht, genau. Das ist entweder links, rechts, du willst aber das Signal, äh, von, von 1 auf 2 aufspalten, also gleichzeitig auf beiden ausgeben. Genau. Switch brauchst du nicht. Du musst, äh, du musst das ja gleichzeitig ausgeben. Ja, 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 lustig. Aber ich glaube, ich habe einen. Geblink. Da ist sogar DisplayPort mit drin. Für günstige anderthalbtausend Geld? Nee, 50 Euro. Aber, ja, du kannst hier, du kannst hier, oh, 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 Chad, we found it. Gleich mal 5 bestellen davon. Der geht. Ähm. Der geht 100%. Also, zumindestens, wenn man den Daten vertrauen kann, die da mit dran stehen. Ja, der geht. Der würde gehen. Also, nur um das klarzustellen, wir würden jetzt hier mit diesem Gerät, äh, über, ähm, DisplayPort von der, ähm, Grafikarte in den, äh, Splitter gehen. Ja. Von dem Splitter dann mit einem Kabel in die Capture-Card und mit dem anderen Kabel in den Monitor gehen. Das heißt also, hier wird sicherlich nicht eine Art von Synchronisierung übertragen. Also, äh, G-Sync oder, äh, Freesync wird nicht gehen. Ich habe es mir jetzt nicht durchgelesen. Ähm, aber das Signal soll hier dann eins zu eins wiedergegeben werden, right? Ja. So, was habe ich vor ein paar Jahren schon mal gesucht, um das Problem zu umgehen, dass man, äh, dass man die, äh, Windows-interne Klon-Funktion benutzt, die ich echt zum Kotzen finde, wenn man öfter mal rein raustappt in Spielen. Ja. Aber das ist ja ein anderes Thema. Ja. Merde. Ähm, die erste negative Bewertung zu diesem Artikel sagt, hey, meiner geht alle fünf Minuten aus und man muss es dann erst wieder aus und wieder einschalten, bis es geht. Habe ich einen kaputten oder haben mehrere Leute das? Aber ansonsten... Ja, ist auch nur eine, eine schlechte Bewertung. Der Rest. geht. Hm. Ja, give him a try, was? Bringt mir ja nichts, weil ich habe immer noch keine Capture-Karte dafür. Es gibt halt leider auch keine Capture-Karten, glaube ich, zu wissen, die die da alles rausdonnern, was ich brauche. Oder rein, die rein können. Also, man müsste man müsste mal man müsste mal gucken, ob Magewell mittlerweile was rausgebracht hat, was in der Lage ist, zweimal 144 Hertz zu naschen. Also, es gibt von Magewell auf jeden Fall Karten, mit denen man einmal 144 Hertz greifen kann. Das ist kein Problem. Das können die alle. Die habe ich auch. Die habe ich mir damals für 1.000 Akten gekauft. Die habe ich mir damals für 1.000 Euro gekauft. Das weiß ich noch. Ja, und die meisten Capture-Karts, die wir benutzen, die sind halt bei 1080p 60, hören die auf, oder halt bei 1440p beziehungsweise 4K 60. Da gibt es schon seit Jahren einige Produkte, die nehmen wir ja und beschränken uns damit, dass wir das, wir haben ja alle bei den Capture-Karten das Problem, dass wir früher oder später Tiering haben. Und das wird dann immer gerne vom Chat bemängelt. Ist ja auch richtig so. Und das kommt ja zustande, weil du beispielsweise mit einer sehr variablen Bitrate spielst. Das bleibt ja in dem Spiel nicht immer bei den 144 Hertz, die du hast, oder mehr oder weniger, sondern es fluktuiert ja da. Und wenn du dann über Windows sagst, okay, das Bild von meinem Main-Output, das geht bitte noch mal auf dem HDMI-Slot für die Capture-Karte aus, dann befrisst die die ganze Zeit 60 FPS, aber wo auch immer dieser Fehler jetzt genau herkommt, ob es ein Windows-gemachtes oder ein Grafik-Karten-gemachtes Problem ist, hast du ja immer, ich sag mal, das Tiering automatisch mit drin. Und das kann man zum Teil umgehen, indem man halt die Framerate lockt beziehungsweise dann nur auf, sagen wir mal, 120, also irgendwas mit 60 Teilbares hat. Was lachst du so? Auf Karte gefunden. Eine Capture-Karte. 2000 Euro? 1600 Euro? Bitte? Data Pass oder von Maceville? Nee, ist von Maceville. Ihr habt genau zwei Eingänge, die das können und zwei Pass-Through. Das ist halt die Frage, ob du jetzt in einem Bereich bist, den du gerne hättest, weil du ihn gerne brauchst oder ob du den nicht brauchst. Das ist aber auch, weißt du, das sind wieder so, das sind so richtig spezielle, spezielle, spezielle Anwendungen. Mhm. Ich meine, man könnte sich wahrscheinlich, also wenn ich nochmal runterkrabbel, habe ich bestimmt noch einen PCI-Slot frei. Und dann könnte man mal zum Beispiel auch mal, ich glaube, Elgato hat auch eine, die das kann, könnte man die mal ausprobieren, ob das geht. Aber ich bin mir nicht sicher. Warte, ich gehe mal kurz gucken. Du meinst jetzt, du meinst jetzt von Elgato eine Capture-Card, die 4K kann, oder wie? Ja, ich glaube, es gibt einer, die das kann. Warte. Also, das Produkt von Elgato 4K 60 Pro hat ein 240 Hertz Pass-Through. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe wirklich alle PCI-Slots belegt. Aber wie der Name verrät, kann sie halt nur 60 Hertz, meine ich. Nee, Elgato hat auch einer, die kann. Elgato hat auch eine, die geht auch. Okay. Ja. Und nach meinem Wissensstand gibt es wirklich keinen, keine, die das kann. Wo zwei drinnen sind. Nein. Und ich habe keinen Platz mehr. Cam Link Pro frisst keine 144 Hertz, was ist das Problem? Ja, der Cam Link Pro kann das leider nicht, das stimmt. Nee. Ich habe keinen Slut frei. Es müsste irgendeine Capture Card geben, die beides könnte. Also ich könnte, es gibt ja auch keine andere Konstellation. Das Einzige, was man machen könnte, ist, noch zwei Cam Links ranhängen. Aber irgendwann ist, glaube ich, auch einfach mal Schluss, ne? Oder man baut die Soundkarte aus und macht eine USB-Soundkarte ran. Aber wir wissen alle, wie unschön es ist. Wie viel Bock wir darauf haben, ja. Richtig. SDI wird mir nicht viel bringen, Leute. SDI bringt mir nicht viel. SDI ist ja auch nur für die Länge. Ich brauche eine Capture-Karte, die zwei Eingänge HDMI hat oder meinetwegen auch vier, wo Dings reingeht. 1440p, 144 Hertz. Genau. Und das Problem mit den Capture-Karten ist folgendes. Die Capture-Karten haben halt nur eine gewisse Bandbreite, die sie verarbeiten können. Und die Bandbreite, sagen wir mal, du hast, ich will jetzt keinen Begriff nennen, weil der ist 100% falsch. Wenn du eine bestimmte Bandbreite zur Verfügung hast, dann ergibt sich daraus die maximale Höhe und Breite, also die Auflösung und das mal die Frequenz, die Bild-Wiederhol-Frequenz. Das heißt also, in der Vergangenheit eine ältere Capture-Karte, die kann schon 144 Hertz, aber das könnte sie halt nur bei, sagen wir mal, 720p, nur als Beispiel. Die neueren Karten, die schnelleren Karten, die dickeren Karten, die es auch schon seit vielen Jahren gibt, die können natürlich 4K-Capturen, aber dann halt zum Beispiel nur 30 FPS oder halt eben die neueren 60 FPS oder wie jetzt in dem Fall 1440p auf 144 Hertz. Und dann sind wir auch schnell in so einem Bereich, warum jetzt viele Leute über HDMI 2.1 sprechen, gerade mit den neuen Konsolen, dass man halt eben auch High-Refresh-Rates bei den hohen Bildauflösungen, 4K und so weiter halt irgendwie hat, weil das braucht alles Bandbreite. Ergo, die alten Standards können nicht so viel Bandbreite durchballern, wie du dafür bräuchtest. So, und das ist ein sehr komplexes Thema, in dem ich auch nur so halb drin stecke. Also, viel gefährliches Halbwissen von meiner Seite aus. Nee, ein Downscaler ist auch kacke. Mach Bildscheiße. Das wird einfach nicht gehen. Ich kann dieses Problem nicht lösen. Weil es gibt nicht die, es gibt keine, also es gibt keine, keine Konstellationen. Es ist kein PCI-Slot mehr frei. Es müsste eine, es müsste eine Capture-Karte geben, die viermal HDMI frisst in 40p, 144 Hertz und das wird es nicht geben. Aber, aber das wird ja dann auch wiederum schwierig, das an PCI-Express weiterzugeben, oder? Jetzt überlege mal, wenn wir über viel Bandbreite sprechen, dass du eine Capture-Karte mit, sagen wir mal, 4K mal 144 Hertz futtern kannst, mal 4 und das wird dann nochmal über den PCI-Express-Bus weitergegeben. Könnte ich mir vorstellen, dass das schon eng wird. Ja, bei STI, ich weiß nicht, geht das bei STI drüber, weil STI hat auf jeden Fall welche mit 4 Hütten. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich habe keine Ahnung von STI. Ich habe keine Ahnung, was STI maximal kann, wo da die obere Ende Pipeline ist. Also STI hat auf, STI hat ordentlich. Weißt du, das ist halt so gefährliches Halbwissen, über das ich von meiner Seite aus wenig bis gar nicht sprechen kann, weil null Berührungspunkte und bisher nur so am Rande damit zu tun. Das letzte Mal, dass ich STI live gesehen habe, war in einer, keine Ahnung, ESL Cologne 1, weißt du? Nee, ESL 1 in Köln. So halt. Ist schon ein paar Jahre her. Kann STI 1440p 144 Hertz? Sascha, du benutzt ja STI. Genau, Sascha, sag doch mal. Aber dann brauchst du ja auch wieder Converter für die Scheiße. Bei STI gibt es auf jeden Fall Karten, da kriegst du vier, vier Dinger kriegst du rein. Mit dem richtigen Wander sollte das gehen. Mhm. Boah, das ist schon wieder so teuer, Alter. Das artet einfach nur aus, weil einfach NDI scheiße ist. Weil einfach nur NDI kacke ist. Ich will doch nur raustappen, verdammte Scheiße. Ja, das mit dem Raustappen ist so eine Sache. Ich hab mir, ich hab mir jahrelang von Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe, anhören müssen, so von mir, ich weiß gar nicht, was du hast, ich kann ja aus meinen Spielen auch immer raustappen, ist alles kein Problem. Bis ich selber, und ich bin einfach nicht auf den Trichter gekommen, es lag daran, dass ich das Monitor-Signal geklont habe. Und das ist kein großes Ding, es funktioniert. Windows macht das toll, aber ein Raustappen mit Sound-Delay und Längen und so ist halt echt nervig. Also ich hab das gar nicht bei mir. Hab noch nie gehabt. Zeig dir das mal bei mir demnächst, ist kein Problem. Mach das mal. Ja. Kann man nicht über USB-C ein externes PCI-Gerät anschließen? Da ist doch auch genug Datenmenge drauf, oder? Gibt es nicht externe PCI-Express-Gehäuse, wo du die über USB-C anschließen kannst? Da müsste doch genug Datenmenge drüber, gehen, oder? Ja, aber Telekom, da kann man bestimmt einen Tarif für buchen, du. Wow. Auch da, null Berührungspunkte, keine Erfahrung damit. Ich spiel gerade nur mit dem Gedanken, weil dann könntest du ja noch eine, theoretisch könntest du ja noch eine Capture-Karte draußen hinlegen. Okay, pass auf, ich schmeiße noch einen Hut in den Ring. Ja. Externe Grafikkarte in ein externes Gehäuse. Und einfach einen dritten Rechner hinstellen. Du Penner. Nein, das habe ich gerade gar nicht gemeint. Ich meinte gerade wirklich, du kennst doch für Notebooks zum Beispiel diese externen Grafikkarten, die immer Thunderbolt ansteuert, ne? Thunderbolt oder USB-C. Also, wenn wir jetzt mal wirklich außerhalb dieser konventionellen Lösungen halt irgendwie denken, vielleicht bringt dich das weiter. Weißt du, was der Witz an der ganzen Sache ist? E-Guy, also Sascha, der streamt seinen Racing-Rig über RTMP zu seinem Streaming-Rechner. Ja. Das ist so, weil der Triple Screen, der killt einfach alles. Weil du kannst den, du kannst zum Beispiel auch keinen Triple Screen, äh, also, wenn du den Bildschirm spiegeln möchtest, dann spiegelst du halt einfach 7000 schieß mich tot mal 1440p. Ey, das ist super beschissen, das Problem. Und über NDI ist aber so, dass du das über OBS kannst du das ja hinkatten, dass du dann halt wirklich 1440p nur rüberschickst. Es ist wirklich richtig beschissen. Hülich. Es ist wirklich richtig beschissen. Du kannst dir das nicht vorstellen. Und egal, welche Lösung du in deinem Kopf durchgehst, also entweder kostet sie Millionen von Euro oder tausend von Euro oder du benutzt NDI. Und NDI, ich sag's, ey, jeder, der mir erzählt, dass NDI total toll ist, der hat's noch nicht wirklich viel benutzt. NDI ist wirklich, ist eine tolle Erfindung, aber ist auch eigentlich nur Müll. Also, wenn ich immer Menschen lese, die so, NDI, brauchst du keine Capture-Card mehr dafür, denk ich mir immer so, mhm, du hast wahrscheinlich, okay, ja, alles klar. Also, das mit dem... Das ist nicht, dore Frage, gibt es nicht von NDI auch Hardware? Ja. Ja, also, wo ich gerade, weil Sascha das schreibt, man kann den splitten, den, den Bildschirm, also das geht. Scheinbar haben wir eine Gerätschaft gefunden, die das kann, aber jetzt ist halt die Frage, wie capturet man das dann? Das ist jetzt hier die Frage. Was habt ihr denn gefunden? Na, das, was ich dir geschickt habe, den Splitter. Achso, ja, okay. Ja, ein Streaming-PC, ja, aber wenn man keine Slots frei hat, dann geht das nicht. Wenn man keine PCI's... Gibt es eigentlich noch größere Mainboards, aber das sind nachher Server-Mainboards wahrscheinlich, oder? Es gibt, es gibt immer, äh, ein, äh, ein größeres Mainboard, ja, definitiv. Aber wenn es darum geht, ähm, ein HDMI-Signal zu captchern, äh, dass du, wenn wir über deinen Main-Monitor sprechen, ja, dann behaupte ich jetzt mal ganz kackend reist, dass, dass du da auf jeden Fall mit der Lösung mit einem Cam-Link-Arbeit erstmal klarkommst. Naja, da ist ja wieder das Problem, dass wenn du das in den Cam-Link reinjagst, dass der ja deinen anderen Hauptbildschirm auch downscaled, weil bei HDMI, wenn du das splittest, orientiert er sich immer an dem schwächsten Glied. Mhm. Deswegen konnte man ja früher auch die Bilder, äh, nicht, nicht splitten. Das ging ja dann nicht. Das ging ja nicht. Ich würde dir gerne, ich würde dir gerne helfen, aber ich habe in dem Bereich absolut kaum bis gar keine Erfahrung. Von daher ist das jetzt rein theoretischer Natur, was, was du mir erzählst, was ich dann ab, äh, zur Nicke und sage, mhm, ja, ja, ja. Ich meine, das Ding kostet 50 Euro. Ich meine, man könnte es in Cam-Link mal reinstopfen und mal ausprobieren. Klar. Und das auch nur aus der Faulheit heraus, weil man hinten nicht zwei Gabel umstecken will. Das musst du dir mal überlegen. Man könnte ja jetzt sagen, ey, morgen mache ich Racing, na gut, ich stecke hinten das eine Kabel raus und stecke das andere wieder rein, aber ich hasse sowas wie die Pest. Ja, aber wenn du keinen Bock auf rein rausstecken an dem System hast, kannst du ja ein Switch da dranhängen. Das müsste gehen. Es gibt's einen, ja, das ist gar nicht so eine schlechte Idee, aber gibt's einen Switch, der, äh, der 1440 durchschleust? Aber dann machst du dir ja auch wieder das ganze Freezing durch, äh, machst du dir das ganze Freezing weg. Geh mal auf den Versuch an und diese, diese Links hatten wir vorhin. Ist das das, was du, was du, ja, du hast den Splitter geschickt, ne? Genau, genau. Da frage ich mich, wie zuverlässig die funktionieren und ob das, äh, im Dauerbetrieb auch so geht, aber das wäre dann die Lösung für, du willst nicht umstecken. Aber da kommt halt HDMI rein und geht zweimal HDMI raus, ne? Ja, das ist ja nicht so schlimm. Da kommt ja auch HDMI, oh, warte mal, das ist, das ist die Lösung. Jetzt, jetzt kommt's, komm. Dann theoretisch musst du an den, an den Racing Rechner machst du dir einen Splitter dran und unten hängst du dir, äh, hängst du dir einen Switch dran, und dann kannst du das ja jeweils ändern. Nur das Ding ist halt, er müsste smart sein. Der müsste erkennen, was an ist und was aus ist, damit der von alleine umschaltet. Mhm. Damit man nicht noch eine extra Taste drücken muss, weil das ja scheiße ist. Obwohl, ich meine, man könnte sich den hier unten drunter kleben quasi und dann drauf drücken, okay, cool. Das Stück, das Stück hab ich mir verdient. Ich will nicht auf die Taste drücken, nee, das, unzumutbar. Nee, ist es auch. Unzumutbar. Es ist unzumutbar. Mhm. Ist es. Ist es auch. Ich meine, das wären 70 Euro und theoretisch sollte das gehen. Weil dann ist ja auch das, dann ist ja das, äh, Dings nicht davon betroffen. Boah, Brudi, das ist ja richtig wild gerade. Okay, Chat. Erzähl mir, wie die 70 Euro Lösung für dich funktioniert hat, okay? Okay, wir gehen rein jetzt. Wir gehen jetzt rein. Ja, erzähl ich dir nächste Woche. Cool. Erzähl ich dir nächste Woche. Wir gehen da jetzt rein. Mann, das hat jetzt aber gedauert, ey. Oh, come on, du weißt doch selber, wie das ist. das kann ich dir nächste Woche noch nicht erzählen. Ist dieser Produkt, ist dieses Produkt leider nicht lieferbar? I hate my life. I hate my life. Ganz schlimm, ganz schlimm. Also mein Chat, äh, macht gerade schon so abfällige Bemerkungen. Ich möchte mal sagen, dass ich, äh, dass ich euch alle intern auf eine Liste schreibe, ja, und ihr kriegt keine Weihnachtsgeschenke, keiner von euch. Was sind denn die abfälligen Bemerkungen? Unzumutbar, wie ein quietschendes 1,7K-Lenkrad. Hö, 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 ich will keine Tasten drücken. Raus, böse, böse Leute-Liste. Hä? Habt ihr schon mal was von Comfort gehört? Ich bin fucking 36 Jahre alt. Wollt ihr mich verarschen? Ich, ich gehe jeden Morgen laufen, mache sieben Tage die Woche Sport. Denkt ihr, ich drücke noch irgendeinen Knopf oder was? Wenn es Technologie gibt, die es mir ermöglicht, das nicht zu drücken? Was ist das denn für ein Blödsinn? In welcher Zeit? Wollt ihr zurück in eine Höhle gehen oder was? Na, sage mal. Das sind wieder die Menschen, weißt du, die würden auch noch in der Höhle leben und Bären sammeln gehen. Ja. Ja. Quietschende Lenkräder für Gutbefinden und dann Einfetten und so. Ja, ja, die Leute kenne ich auch. Ihr kauft euch auch einen fucking Skoda oder was auch immer für ein deutsches Auto, wo die Reifen unrund laufen und das ist für euch okay. Ja. So eine Leute seid ihr. Und dann noch eine Bewerbung schreiben. Produkt ist eigentlich mega geil, Alter, hat mir richtig gut gefallen. Hat zwar nicht funktioniert und ich musste noch 30 Windows-Updates machen und dies, das, aner, das, aber war geil, Alter. Was ich mir gerne für 1.000 Euro kaufst du? Entschuldigung. Hier gibt es halt gewisse Standards in diesem Haus. Ich finde, ich finde es gut, dass du wieder zurückverfällst in dieses alte Problemgehabe, so von wegen aus der Racing Bubble, die, bei denen du nur Montagsprodukte offensichtlich hast und immer wieder zu den, zu den kleinsten Problemen zurückfällst, die das Produkt teilweise unbrauchbar machen. Wie zum Beispiel 30 Zentimeter lange USB-Kabel, die keine Sau benutzen kann. Ja, ist halt so. Du musst dir halt überlegen, wir entwickeln uns als Menschheit immer weiter, weißt du? Wir haben halt schon, wir haben ein halbes Rechenzentrum in der Hosentasche und Menschen drücken immer noch Knöpfe und finden das in Ordnung, so, weißt du? Und du möchtest halt mit der Zeit gehen und brauchst es halt so, dass du es nicht machen musst. Nee, das ist doch vollkommen in Ordnung jetzt hier. Da ist so ein Kabel dran, Alex, am Lenkrad. Wo willst du denn damit hin? Willst du dir den, 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 nee, du willst dir den Rechner auf den Schoß legen, damit du das dann direkt einstecken kannst und dann fährst du so, oder was? Ah, geil. Das nennt man ja auch Laptop, ne? Das ist da, der kommt dann. Ach, ach so, Alex, da kommt ein Laptop her. Okay, jetzt verstehe ich's. Ah, okay, 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 I see, I see, I see. So. Ich guck mal schnell, was der Spaß kostet. Also die Lösung, die wir jetzt erarbeitet haben, kostet 89 Euro und 88 Cent. Da ist noch eine Menge Spielraum zu der 3000 Euro Grafikkarte. Hör bloß auf, die muss ja erst mal da sein, ey. Boah, wenn das, das funktioniert, Alex, ne? Das könnte wieder so eine Lösung sein, die erst mal funktioniert und dann fällt die aus und geht nie wieder. Wahrscheinlich. Ich hab kein, ich hab zu diesen günstigen Splittern und so weiter, den ganzen Krimskrams, ich hab da nicht so das Vertrauen rein. Und ich weiß, dass es Leute gibt, die benutzen das jahrelang, haben nie Probleme. Ich gehöre zu der Kategorie, ich schließe es an, es läuft, am nächsten Tag geht gar nichts mehr. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, so eine HDMI-Switch kaufen für 40 Euro hab ich auch ein bisschen Bauchweh bei. Also das ist auch so eine Sache, ich weiß nicht. Da ist für mich, da ist der Preis für mich meistens über so ein Alarmsignal. sagt, billiger HDMI-Splitter hat sechs Jahre gehalten und das waren vier in zwei für 45 Geld. Ja, so einen hab ich auch hier hängen. Der funktioniert auch seit Jahren tadellos. Ja. Aber Nils, ist überhaupt kein Problem, ich kann dir ja ein Produkt beschaffen, ich verkaufe es dir auch für 400, ist überhaupt kein Thema. Was denn? Ja, ist kein Thema, ich bin ein Reseller, ich verkaufe dir dann das Produkt, das du haben willst und ich nehm dir auch den Preis, den du bereit bist zu zahlen. Dann fühlst du dich besser und ich mich auch. Die Schnauze, Junge. Theoretisch würde das gehen. Also laut, das Ding ist halt, die Beschreibungen sind oft Trash, weil es wird halt viel rumgeflunkert, sehr oft. Das ist ja immer das Problem. Also erzählen tun die Leute immer sehr, sehr viel. Wie gesagt, viele Probleme hätten wir nicht, wenn Produkte so Sachen wie Durchschleifen und so weiter ermöglichen würden. So Sachen wie Monitor oder auch damals, das ist schon ein paar Jahre her, wir sitzen bei der Gamescom und dann gab es mal so eine Einladung aus Richtung Nvidia, so von wegen so, hey, wir wollten uns mal mit ein paar Content Creators mal irgendwie treffen und das in meiner Bubble waren das halt alles nur so Battlefield-Leute, so Mashed-Aid damals, Lost-Aiming und keine Ahnung, also damals hieß er noch so und wenn entweder dich zu einem Abendessen bei der Gamescom einlädt, so dann sagst du nicht nein. Also ich meine, sind wir ganz ehrlich so. Und dann saßen wir da mit so ein paar Menschen, die ein bisschen weiter oben in der Hierarchie waren und auch mehr so aus dem Technikbereich kamen und dann hat man halt mal so doofe Fragen gestellt, so von wegen, ja, gibt es denn mal nicht irgendwie eine Möglichkeit, dass irgendwie, keine Ahnung, ab Treiber-Level oder sowas, das Bildsignal einfach ausgebt? Ja, ja, haben wir, sowas wie Shadowplay. Nee, 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 nicht so, also dass wir es per API irgendwie abgreifen können, dass das Signal von eurem Computer an einer Adresse oder an einem Port oder irgendwie abzugreifen ist und digital weiterverarbeitet werden kann. Also beispielsweise zu einem Stream-PC zu schleifen oder direkt eine Anbindung an OBS und dann war das, Stichwort war dann wieder OBS, so ja, ja, wir arbeiten auch schon mit OBS zusammen, ist aber noch nicht spruchreif, das dauert noch ein bisschen. So, ne, und naja, also dass die zusammenarbeiten, hat man ja die letzten Jahre gemerkt, ne, aber das, was damals gemeint war, ist leider nicht gekommen. Schade. Schade. Ja, nee, aber... Du, das Ding ist ja, wir haben solche, ähm, wir haben ja so spezifische Probleme, dass es den Konsumer halt völlig egal ist. Absolut, ja. Also ich glaub, 99,9% der Menschen, für die reicht dieser HDMI-Splitter. Weil das eine Mal, wo Hans-Dieter nach dem Feierabend fünf Minuten frei hat von seinen Kindern und der Frau, oder die Frau hat von Hans-Dieter, und drückt einmal diesen Knopf, um das Gerät zu wechseln. Der drückt den Knopf, weil so schaltet er um. Genau. Und wer möchte denn 144 Hertz da durchdonnern? Ja, die drei, vier Streamer, die da Bock drauf haben. Und selbst da, selbst da sind so wenig Leute, die dafür einen Anwendungsbereich haben, dass es sowas halt nicht gibt. Ja. Absolut. Und jetzt aber, durch die neuen Konsolen, die Current-Gen-Konsolen-Konfiguration, also PlayStation 5, Xbox, etc., wird die Zahl der Anwender in dem Bereich, die mit einem Signal in der Größenordnung, also Resolution und Bandbrei, also Bildweilholfrequenz und Bildschirmauflösung, die wird jetzt mehr. Ganz klar. Die Frage ist, was dann da irgendwann mal rauskommt. Das hilft uns heute aber nicht weiter. Absolut nicht. Das ist schon crazy, was man mittlerweile alles machen kann. Wirklich, wirklich crazy. Und jetzt mal eben kurz zurück auf die Basics, so, ja? Am Ende des Tages, das, was du jetzt gerade hast und was du machst, funktioniert ja auch. Das gucken dir eine Menge Leute dabei zu. Und ja, du hast so deine Aussetzer und Probleme, Sound, dies, das, bla, 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 Monitor und so weiter und so fort, ne? Wenn du das jetzt für dich gelöst hast und dann ist dein Comfort-Level wieder ein Stückchen höher, aber es guckt dir ja keiner dadurch weniger oder mehr zu. Doch. Weil ich dann mehr Ruhe habe. Ja, Hans-Dieter ist jetzt ein bisschen genervt, weil er sich denkt so, ach, der hat manchmal seinen Rick irgendwie im Griff hier. Was ist das denn hier für einer? So, aber Hans, auf diesen Hans-Dieter hast du ja grundsätzlich keinen Bock, ne? Ja, das stimmt. Ja, also. Das stimmt. Also mit Kabeln und allem Pipapo, Alex, möchte ich mit Freunden berichten, dass wir bei 115 Euro sind. Theoretisch. Donation-Goal schon gestartet? Nee. Aber ich will das eigentlich gar nicht ausgeben. ich muss erst Grafikkarten kaufen. Das ist ja das Problem. Aber ich habe mir das mal beiseite gelegt für später. Alter, wenn das... Alter, das... Also theoretisch klingt das viel zu gut, um wahr zu sein. Sei ehrlich, das denkst du dir auch die ganze Zeit. Ich denke mir, ich denke mir, für mich wäre jetzt eine Lösung, bei der ich mit dem Displayport-Kabel vorne reingehe, hinten mit dem Displayport-Kabel rausgehe und hinten mit dem HDMI-Kabel rausgehe, um dann von dort aus in meine Capture-Card zu gehen und mit dem anderen Displayport-Kabel in meinen Monitor zu gehen. Das würde mich alleine schon mal triggern, das mal auszuprobieren, diese 50 Euro auszugeben, weil ich alle Kabel dafür da hätte. Ich auch. Aber ich habe da echt nicht so die... Ich kann mir nicht vorstellen, dass da gar kein Delay drin ist. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wirklich nicht. Und jetzt das Beste dabei. In deiner Lösung, ein Drei-Bild-System, also ein Drei-Bildschirmspiel, bei dem du halt direkt siehst, also weißt du, du machst eine Bewegung links-rechts, dann siehst du ja Hauptmonitor, den du ja durch den Splitter jagst und so weiter, siehst du ja sofort, wenn ein Delay da ist, weil die Monitor links und rechts halt viel schneller sich bewegen. So, für dich ist das super gut auszuprobieren, um sofort zu testen. Deshalb bin ich da jetzt gerade auch ein bisschen interessiert. Deswegen bist du auch dabei, dass du jetzt das Geld ausgibst. Ich kann es ja nicht testen, Dizzy. Das ist ja das Ding dabei. Also ich könnte es nur testen, indem ich zum Beispiel sage, ich installiere mir jetzt, oder ich sage dem Spiel, du sollst über alle drei Monitore aufgeben. Komm, sabbel nicht. Ich habe mir jetzt bestellt. Ja, super. Gut, okay. Nächste Woche wollen wir was hören, ne? Ich habe mir jetzt bestellt. Warte. Jympansel Note. Und Dizzy fragen, ach so, wir treffen uns ja auch, wenn es in zwei Wochen ist wieder. Ja, in zwei Wochen ist. Stimmt, genau. Da war ja was. Dann ist auch alles da. Chat, wisst ihr, wir machen den Hardcast jetzt schon so lange und wir haben uns auch nicht mehr so viel zu sagen. Das ist also eine schwere Zeit, aber wir machen den Hardcast ab sofort nur noch alle zwei Wochen, weil dann können wir nämlich mit vollem, wie sagt man so schön, Elan da rangehen und wieder die Säfte fließen lassen und nicht irgendwie eine Stunde lang über irgendwelche scheiß DPI, HDMI-Converter-Splitter. Ich glaube, das ist wirklich interessant. Ich glaube, das ist auch sehr interessant für die Menschen da draußen. Ich glaube, das ist interessant für Menschen. Ich finde es interessant. Also es ist halt sehr speziell, diese Thematik und ich denke, dass das sehr interessant ist für die Menschen. Also die Lösung mit dem Splitter, bin ich ganz ehrlich, alleine dadurch, dass man diese Sync-Technologien komplett verliert und das Signal nur so durchschleift, ist das für viele uninteressant. Nicht für dich, nicht für mich vielleicht, aber für viele ist es uninteressant. Pass auf, der bleibt da sogar drin. Weil es ist ja von DisplayPort auf DisplayPort. Der Sync bleibt drin. Pass auf. Ich sag's dir, der bleibt drin. Trust me. Und dann ist das Ding ausverkauft nächste Woche. Pass auf, das sag ich dir auch. Jetzt? Und dann ist es ausverkauft. Und Alex so, fuck, ey, fuck, warum hab ich nicht gleich auf Dickie gehört? Und der Händler so, oh mein Gott, große Nachfrage auf diesem System. Wir müssen ganz viel nachstellen. Scheiße, und wir haben nix da, ey. So eine Känge. Die, der läuft los ins Lager, Alter. Und der, äh, und einen Monat später so, also Nachfrage wieder komplett auf Null gesunken, so, mh, ja. Hätten wir doch nicht so viel nachbestellen sollen. Ja. In China, Weiner. Ich bin sehr gespannt, sag ich dir. Probier mal aus, sag Bescheid. Du hast zwei Wochen Zeit. Jetzt Vollgas. Das, äh, also, das interessiert mich jetzt wirklich, ob das, ob das rockt. Ich kann mir das nicht vorstellen, aber, ey. Aber einmal. Mein großes, ja. Also, ich würde diese 50 Euro auch ausgeben, aber, äh, einfach nur, um es auszuprobieren. Und wenn es nicht funktioniert, schick ich es halt wieder zurück. Aber ich kann mir halt auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass das so komplett delayfrei ist. Ich kann es einfach nicht. Es geht einfach nicht. In meinem. Es waren früher schon delayfrei. Wenn immer, wenn ein Hersteller gesagt hat. Aber wenn du so eine Cyborg-Augenbeer hast, ne? Es tut mir ja leid. Ey, du spielst halt auf 2 Zillionen 572 Hertz-Monitoren. Und du sitzt davor mit deinen Cyborg-Augen. Ich frag mich sowieso, warum du mit fast 40 keine Brille hast, Alter. Weil du ja scheinbar immer noch so gut siehst. Ne, also, Chat, die nur 0,00001 Millisekunden. Die hab ich schon gefühlt jetzt, Alter. Ich fand das früher immer so krass. Ja. Die Capture-Kartenhersteller haben schon immer gesagt, ja, Pass-Through, überhaupt gar kein Problem. Das ist delayfrei für uns. Also, das ist ja kein geschützter Begriff. So wie ergonomischer Stuhl. Das heißt halt auch nichts. Das heißt halt, ja, unser Stuhl hat halt so eine Welle. Ja, das ist ergonomisch. Sag mal, ja, ein Stein ist auch ergonomisch. Nicht böse gemeint. Aber bei so Capture-Karten ist das ja genau das Gleiche so. Ja. Also, ja, das ist delayfrei. Und dann hast du, dann sitzt du in dieser Situation, dass du einen Stream-PC hast und du hast das Main-Game und dann siehst du OBS daneben. OBS, mal kannst du dir in Fullscreen-Modus laufen lassen und dann bewegst du dich links, rechts, links, rechts und dann siehst du halt links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Und das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber der Ipus Vox hat bei jeder neuen Capture-Karte, die er testet, macht einen Delay-Test. Und wir reden da über die schnellsten Capture-Karten von nur so roundabout 40 Millisekunden. Das ist nicht viel. Das ist wirklich sehr, sehr wenig. Und die schlechtesten Capture-Karten haben halt dreistellige Werte. 150, 180 Millisekunden. Das siehst du schon. Und das ist beim Spielen bei einem Shooter auch nicht so geil. Ja, aber bei den Leuten ist das doch scheißegal. Die, die in deinen Stream gucken, da ist das auf Wumpe. Da ist das scheißegal, gebe ich dir absolut recht. Wenn eine Sekunde Delay drin wäre, würden nicht jucken. Aber wenn das ein Splitter ist, der das Signal von DisplayPort Weiterverarbeitung zu DisplayPort ausgibt und da findet jetzt ein Delay statt von, sagen wir mal, 0,2 Sekunden. Ja, 0,2 Sekunden merkst du schon, ja. Also jetzt ist das jetzt ein fiktiver Wert. Ich weiß ja nicht, ob es das tut. Ja, ja, ist gut. Ich teste das für dich. Ich sag dir jetzt schon, in weiser Voraussicht, das Bild kommt nicht mal am Streaming-PC an. Weil? Weil es nicht ankommt, sag ich dir einfach. Trust me. Also aus welchem Grund kommt es am Streaming-PC nicht an? Es kommt einfach nicht an. Warum, weiß ich noch nicht. Ach so, du weißt es noch nicht, okay. Das werde ich dann rausfinden. Aber theoretisch sollte eigentlich alles ankommen. Ich hab extra, ich hab extra, extra, extra ordentliche Cables dazu. Ich hab einen bestellt. Ich sag dir das so, wie es ist. Das ist schneller weg, als du gucken kannst. Wenn das funktioniert, ist das super schnell weg. Nein, nein, nein. Die Anzahl, die, die, äh, die Anzahl der Menschen, die sich dafür interessieren, die das jetzt hier mitbekommen oder sehen, ist so gering. Nein. Ja, ja, natürlich. Na klar. Ja. Ja. Und dann kommt das so, dann kommt das so, zur Aussprache bei den ganzen Racing-Streamern und dann so, oh, jetzt aber los. Ey, wenn das funktioniert, hol ich gleich drei Stück davon. Die lege ich mir alle, alle weg. Weil ich weiß ganz genau, dass das ausverkauft sein wird. Izzy, das ist nur ein HDMI 2.1 Splitter, äh, ein in, zwei out. Du gehst mit einem Displayport rein, gehst mit einem Displayport raus, gehst mit einem HDMI raus und du hast eine Spannungsversorgung, eine USB-Spannungsversorgung. Das wissen wir. Das wissen wir. Okay. Warte ab. Danke übrigens an denjenigen, der das, äh, gefunden hat. Also den, den Splitter quasi. Äh, nee, den Switch. War von dir jemand? Nee, das war von dir. Den Link hast du mir geschickt. Den Link hast du mir geschickt. Der Splitter, den hast du mir geschickt. Den, den anderen, den hab ich, nee, den Switch hast du mir geschickt und ich hab dir den Splitter geschickt. Genau, genau. Ja. Der, der, das war Hirschi. Danke, Hirschi. Küsst dich. Siehst du, Hirschi wollte eigentlich ein anderes Problem lösen, hat aber das andere, hat dann wieder das andere andere gelöst. Da bin ich ja mal gespannt. Siehst jetzt gehypt, ja, das könnte man so sagen. Ja, weil das halt wirklich, es ist, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie groß dieses Problem eigentlich ist. Also, wenn du vor deinem Computer sitzt und du kannst nicht raustappen, weil du aufstehen müsstest, um dein NDI zu resetten. Also, wenn es eine einfachere Lösung gäbe, auf dem Stream Deck zu binden, dass man NDI refreshen kann, dann würde ich das machen. Quelle deaktivieren, Quelle aktivieren? Geht nicht. Du musst von Netzwerk auf Source Timing wechseln, damit der sich refresht. Die Quelle zweimal einbinden, einmal als Source Timing und einmal als Netzwerk, also nicht? Ändert auch nichts, weil das Delay bleibt, solange du nicht dieses Dings änderst da drin. Das Timing. Du musst quasi, du musst da doppelt draufklicken in die Source, in die Soße und dann musst du sagen, bitte nehm Source Timing, dann lässt du das, dann drückst du okay, dann dauert das zwei, drei Sekunden, dann resettet der sich und dann stimmt das NDI wieder. Es gibt so Software, mit dem kann man alles automatisieren. Da kannst du Mausklick simulieren, Tastatureingaben und so weiter. Sowas wie so eine Art Autohockey, nur ein bisschen fortgeschrittener. Ich sehe, dass du dir so ein Skript schreibst, dass wenn du das ausführst, dass dann ein Klick an einer bestimmten Stelle gemacht wird. Die Idee hatte ich auch schon, ehrlich gesagt, weil das wäre die günstigste Lösung. So, weil jetzt sage ich mal, diese MacGyver-Lösung, die wir jetzt gerade zusammengebaut haben, die ist natürlich sehr convenient und führt dahin, dass es keine Probleme mehr gibt, wenn es funktionieren sollte. Aber es ist trotzdem wieder verbunden mit, ich muss auf einen hässlichen Knopf drücken. Und ich hasse Knöpfe drücken. Ich sage es euch, wie es ist. Also, Chad wird wahrscheinlich lächeln und sagen, so wie vorhin, die sich darüber beschweren, aber für mich kommt so etwas oft nicht in eine Tüte. Und dieses... Nee. I see, Dizzy. I see. I see really. Jetzt mal doof reingerufen in den Raum. Haben wir heute noch ein anderes Thema, über das wir sprechen wollen? Es ist übrigens fast vorbei. Ja. Hey, aber mein Mikrofon funktioniert wieder, Jim. Und es tat gut, darüber zu sprechen. Also, ich habe keinen knacken, oder so gerade mitbekommen. Nee, ich auch nicht. Und das macht mich sehr happy. Ich drücke die Daumen, dass es morgen auch so bleibt, du. Ey, scheiße, auf den Auto-Hotkey hätte ich jetzt echt Bock, das zu machen. Ich bin mir nicht sicher, ob das mit Auto-Hotkey so funktioniert. Also, die Software, die ich meine, die ist ein bisschen mehr so... Es gibt aber auch keine Einstellungen dafür in Dings hier. Du kannst auch keine Bindings machen. Nee, nee, weil das ja keine OBS-Funktion ist, sondern wenn du dir die Einstellung von NDI aufrufst oder auch von einer Capture-Card oder sowas, das sind ja dann Capture-Card eigene... Das ist echt scheiße. Habe ich auch schon überlegt. Also, ich bin wirklich schon in ganz viele Richtungen gegangen, um nach Lösungen zu gucken, aber... Nichts gefunden. NDI ist einfach... Also, NDI selber wird wahrscheinlich mega geil sein, aber NDI OBS ist einfach Schrott und das ist aber die einzige Lösung, die funktioniert, damit du das Game so hinkroppen kannst. Schön. Schön. Schön, schön, schön. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir für heute langsam zum Ende in einer sehr HDMI-Displayport-Splitter... AMD-Grafikkarten... AMD-Grafikkarten-Audio-USB-Fehler geprägten Folge. Das macht man nicht. Seit Weihnachten habe ich darauf gewartet, Alex. Seit Weihnachten habe ich darauf gewartet, alles hier rein zu feuern. Alles. Ich habe so viele Probleme und endlich kann ich sie noch immer mehr erzählen. Ja! Und ich finde sie alle los jetzt. Alle. Sehr schön. Hoffe ich. Das war gut. Nur nochmal eben am Ende, also ich habe jetzt hier von dieser Kamera habe ich jetzt die Stromversorgung geändert. Das war eines der größten Updates, die ich hier gemacht habe. Also ich habe vorher quasi, bin ich von dem Akku-Dummy in ein Netzteil gegangen und das hat eine Steckbrose belegt und jetzt gehe ich halt mit dem Akku-Dummy in USB rein. Im Rechner oder wie? Im Leben nicht. Ich ziehe doch nicht Strom aus meinem Mainboard für ein Gerät, was ich, was ich, was ich, nee. Nee, ich habe unter meinem Schreibtisch habe ich eine, habe ich einen USB-Mehrververteilung, so eine USB-Netzteil mit, ich glaube, acht Ports. Und dagegen werden halt alle Sachen angeschlossen, die irgendwie Strom brauchen. Ob das jetzt hier ein USB-Kabel ist, um so eine Wireless-Mouse aufzuladen oder halt irgendwelche anderen Geräte. Und das ist super. Das hätte ich mir schon viel früher da unterlegen sollen. Also ich meine, ich habe es schon viel früher, aber ja. Das habe ich auch unter beiden Dings hier. Ja, ist super. Ja, dann war das ja auch bei dir ereignisreich. Also es hat zwei Minuten des Hardcasts gefüllt. Entschuldigung, Tim. Nein, ich habe nicht so viel gemacht. Ich habe, wie gesagt, ich habe für die zweite Sony 5100 habe ich noch ein gescheites, also objektiv noch besorgt und habe die wieder mit eingebaut, was ich schon seit Ewigkeiten fahrte. Und jemand hat mir einen Flow ins Ohr gesetzt, dass ich noch den, das war es jetzt zum Beispiel, nicht du, dass ich den vierten Port an der Pro noch benutze, um so eine Art Overview-Cam zu benutzen. Also, und da bin ich noch nicht so ganz sicher, ob ich mal so eine wirklich günstige China-Cam, so einen GoPro-Klon, mal ausprobieren sollte, die ja auch ein HDMI-Out haben und den einfach unter die Decke klemmen. Weil da oben muss sowieso so eine kleine Mini-Traverse oder sowas an die Decke für die Beleuchtung, weil das ist das nächste Projekt, damit dieses Stativ da wegkommt. Ach so. Aber das, ich habe hier so viele Projekte und ich will nicht alles gleichzeitig machen. Weißt du, der Tisch soll, da soll was Gescheites oder was Selbstgebautes hin. Das Ding soll hin. Ich habe hier, ich habe, ich habe noch so zwei, drei kleine Sachen auf. So und ich möchte mich jetzt hier zumüllen, weil, wir wissen es ja, meine Papierkrieg ist noch nicht beendet. Ich bin so ungefähr bei 70 Prozent und wenn das fertig ist, dann gehe ich ans Nächste drin. Das habe ich dir ja noch gar nicht erzählt. Mein Lichtumbau, der geplant ist? Ich habe es gelesen. Okay. Wir haben beim letzten Mal so halb darüber gesprochen. Aber jemand hat vielleicht unter Twitter mitgelesen, dass jemand anderes etwas geschrieben hat, was ich mit diesem Standard, den wir immer falsch aussprechen, DMX nicht? DMX. DMX. Nee, DMX. Wie der Rapper. Ja. Okay. Ich habe auch so viele Baustellen aufgemacht. Ich hasse mich dafür. Weil mich, das hat mich so in den Wahnsinn getrieben. Ich bin wieder voll drinnen. Ich verlasse so langsam meine Schwabenhöhle. Und das ärgert mich ein bisschen. Spätestens bei der Grafikkarte. Boah, Alter, hör bloß auf. Ich schwitze beim Schlafen. Ich träume davon. Das macht mich so fettig. Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Splitter kommt an, HDMI-Ding kommt an, Kabel kommen an, angeschlossen. Verdammte Scheiße. Okay, Mateschwell, was war das? 1600? Nee, nein. Ey, vorher baue ich mir ein Auto-Hotkey. Also das mache ich jetzt auch ehrlich, nur weil ich das rausfinden will, ob das geht. Ich will einfach nur, also dieser innere, das Bedürfnis ist rauszufinden. Mein Chat hat auch eine sehr relevante Frage an dich. Er wollte ja nur bis zum Ende des Jahres sparen, oder? Nee, nee, nee. Das bleibt jetzt immer. Ich bin immer noch im Schwabenboden. Okay. Das geht nicht anders. Aber Grafik, das Ding ist halt, also so wäre ich, ich wäre mich wirklich vehement dagegen, aber Grafikkarten muss ich kaufen. Also ich habe jetzt schon, ich habe alle Ressourcen angezopft, ob ich irgendwo eine herkriege. Das warte ich jetzt noch ab und wenn das nicht geht, dann muss ich die halt kaufen. Mir bleibt nichts anderes übrig, weil es wird nicht besser. Ja. Okay. Ich ersetze noch mein letztes Stück und dann verabschieden wir uns, okay? Das war toll heute. Danke, Alex, dass du bei meinen Problemen mir geholfen hast. Also das war ja heute mehr oder weniger eine sehr Disney-lastige Folge. Es tut mir leid. Aber ich habe nicht wirklich, ich habe nur zugehört, ne? Also manchmal hilft es ja auch, wenn jemand zuhört, oder? Ja, ich weiß. Boah, das hat sich echt angestaut. Also da kannst du wirklich so viel laufen gehen, wie du willst. Das wirst du nicht los. Das verfolgt dich. In deine Träume. Ein Herr Ruff, Junix, möchte, dass wir noch gleich über die Spotify-Bewertungen reden. Ja. Ich möchte auch, also ich möchte auch ganz kurz an dieser Stelle was sagen, Chat. Und zwar, dass ihr endlich mal unsere Podcasts, wenn ihr sie denn hört, bewertet. Auf jeder Plattform. Egal, wo ihr sie hört. Spotify, Apple. Also selbst wenn ihr die bei mir auf meinem YouTube-Kanal schaut, möchte ich da auch einen Daumen haben. Und ein Abonnement und eine Glocke. Und wenn das irgendwann mal bei Alex ist, was vielleicht in 2022 irgendwann mal passieren sollte. Also ich glaube jetzt mittlerweile in Season 2 wäre es mir an deiner Stelle schon unangenehm. Aber, äh, Bin ich heute schon in Season 3? Nee. Wir haben noch keinen, offiziell haben wir noch nicht. Alles klar, alles klar. Okay. Aber ich möchte, dass ihr das bewertet. Und dann, wenn ihr morgen online kommt, möchte ich auch, dass ihr nochmal nachguckt, ob ihr Twitch Prime habt. Oder Tag auf Prime. Bei Alex kann man ja mit Tag auf Prime reinprimen. Ja. Das ist ganz wichtig, denn das ist, äh, die mehrkostfreie Möglichkeit, einen Streamer deiner Wahl, zum Beispiel Alex oder mich zu unterstützen. So sieht das nämlich aus. Ähm, dem kann ich mich, ähm, ungeschlagen anschließen. Vielen Dank für die Bewertungen auf den Podcast, äh, Stationen, unter anderem Spotify. Ich hoffe, Ref ist jetzt zufrieden. Und wir sprechen uns in zwei Wochen wieder und dann reden wir über den, äh, Cable Decon Display Port 8K DP 1.4 2 Display Port HDMI 2.1 Splitter. Und, und warum das eine richtig gute Idee war, das auszuprobieren, oder auch nicht, wer weiß. Oder auch nicht, ja. Oh Mann. Ich finde übrigens, deine neuen Kopfhörer ist mir jetzt gerade aufgefallen. Schön, dass du freie Ohren hast. Ich gucke gerade so auf das Bild, denke mir so, warte mal, irgendwas ist doch anders. Ach so, die Kopfhörer. Wie sind sie denn? Gut. Äh, extrem neutral. Ich mag das sehr gerne. Ähm, weil du, weil du, da wird nichts dazu gemogelt oder so. Nicht, nicht irgendwie, nicht, also das ist, für mich ist das super. Also wirklich gut. Aber das sollten wir beim nächsten Mal nochmal, nochmal genauer sprechen. Es tut mir leid an alle Zuhörer und Zuschauer. Ich habe heute die Folge etwas gesprengt, aber es hat sich wirklich sehr viel angemahnt. Nächste Woche reden wir nur über Alex. In zwei Wochen. Stimmt, wir machen ja alle zwei Wochen jetzt. Mhm. Ah. Haben wir das eigentlich schon mal hingekriegt, äh, jetzt mittlerweile uns hinzusetzen, damit wir auch gemeinsam uns Sachen angucken können? Ich schreibe dir. So wie heute. Warte, ich lese kurz mal vor, was Alex mir heute geschrieben hat, ja? Oh, das ist geil. Heute Abend Hardcast. Ich freue mich. Wir haben uns vier Wochen oder so nicht gehört. Heute Abend Hardcast. Ich freue mich. Okay. Antwort für Sie, Antwort für Sie, Uhrzeit lese ich jetzt nicht vor, habe auch richtig Bock drauf. Das ist einfach, ich muss ganz ehrlich sagen, ne? Ich weiß nicht, ob der gemeine Zuschauer sich mittlerweile ein bisschen mehr davon erwartet, aber genau so stelle ich mir einen Podcast vor. Ja, eben. Also natürlich, man könnte jetzt, wenn die Themenknappheit ist, also ist ja auch manchmal Themenknappheit vorhanden, dann wäre es schon schön. Also ich glaube, das ist ja auch mal so eine Idee, wir könnten ja auch mal auf Chat zurückgreifen. Ich glaube, wir sollten aktiver, und das sollten wir auch oft genug sagen, damit wir das auch endlich mal machen, aktiver Chat einbinden. Ich sehe das hier, ich sehe das hier in so einem, in der Mitte, so ein bisschen kleiner oder ein bisschen nach oben oder so verrückt, und dann in der Mitte noch so Chat. Ja, aber dann einmal dein Chat und einmal mein, und dann binden wir das so mit ein. Das, da habe ich ja gar, boah, das könnten wir hier unter den, unter den Kameras machen. Dein Chat und dann mein Chat. Und dann können wir den Chat mit einbeziehen. Wortfilter. Hm, Penis, Penis, Penis. Ich brauche keinen Wortfilter, also in meinem Chat brauche ich das nicht. Ich auch nicht. Chat, ich bin jetzt raus, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns, du bist morgen wahrscheinlich genauso live, ne? Ja. Ja, wir sehen uns, wir sehen uns im Podcast in zwei Wochen wieder oder hören uns und wir sehen uns auf dieser Plattform namens Twitch bereits morgen zu einer neuen, spannenden Hitnachten ist fertig. Nee, morgen wird geraced. Morgen wird geraced bei Dizzy. Bei mir gibt es, also es gibt da dieses kleine unbekannte Spiel, das zurzeit auch kein anderer Streamer spielt, das nennt sich Escape from Tarkov, das wird es bei mir wahrscheinlich geben. Geil. Around the clock. Ich fühl mich so gut, danke Alex, bis morgen. Guckst du dir morgen auch das Dying Light zwei Dinge an? Ja, um 21 Uhr. Ja, um 21 Uhr, ne? Ja. Also ich stehe morgen super lange, fällt mir gerade auf. Ja. Same hier. Das schau ich mir morgen auch an, ich freu mich drauf. Alles klar. Okay. Dizzy, dann sag ich Dankeschön, hau rein, mach's gut, bis in zwei Wochen und viel Spaß drüben im Dizzy Chat. Peace out, Brudi, tschüss. Tschüss.